Hallo zusammen. Wir spielen heute wieder Grim Dawn. Ich habe mir keinen lustigen Opener überlegt oder sowas. Ich sollte vielleicht echt mal daran arbeiten, eine Art von Begrüßung oder sowas auch am Anfang zusammen zu sagen. Nicht nur ja, hallo zusammen. Irgendwann mal vielleicht. Schauen wir mal. Dir auch einen schönen Abend. Wo waren wir letztes Mal? Wir haben letztes Mal die Sümpfe komplett durchgemacht. Wir haben hier das Whitemire und die Foggy Bank komplett durchforstet und sind in den Außenbezirken angekommen. Dafür sind wir durch die überflutete Passage auch durch. Haufenweise Getier drin war und sowas. Letztes Mal auch ein bisschen über die zweite Klasse und sowas geredet, was wir da überlegt haben, aber das hat jetzt noch keine Eile. Und jetzt gehen wir mal hier in die Außenbezirke von Burwich. Wir haben letztes Mal auch am Ende einen Schmied freigespielt, der hier hinten irgendwo steht. Genau hier. Aber das ist jetzt auch noch nicht wichtig. Oh stimmt, und wir haben eine schöne Axt gefunden, die auf Level 17 dann unsere Waffe wird. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. So, müssen wir hin. Genau hier. Wir haben gerade noch zwei Quests aktiv, nämlich den Balros und Hagrad zu töten und Kasparovs Lehrling zu finden. Da schauen wir mal, ob wir das heute noch schaffen. So, auf erstmal in die Außenbezirke. Wir haben letztes Mal ein kleines bisschen da auch schon rumgesucht, haben ein Lager von diesen Blutgeschworenen gefunden. Ich war hier hinten und hier haben wir den Schmied gefunden. Und jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen los und ja, schau mal alles an, was es hier so gibt in diesen Außenbezirken. Die sind nämlich auch relativ groß. Es ist ziemlich viel verschiedene Sachen zu finden. Hauptsache natürlich haufenweise irgendwelche Wildtiere, die hier leben. Ich fange wieder rein zu kommen. Ich habe die Wochen bevor ich angefangen habe, Grim Dawn zu spielen, habe ich das ungefähr zwei Monate lang am Stück durchgesuchtet. Und jetzt, seit ich angefangen habe zu streamen, habe ich es gar nicht mehr anderweitig nebenher gespielt, einfach nur um nicht sofort dran auszubrennen. Hat natürlich den Nachteil, dass ich vergesslicher werde, was man alles machen muss. Aber es ist alles nicht so kompliziert. Das kriegt man irgendwie alles immer wieder drauf. Insgesamt muss ich ungefähr in diese Richtung. Da kann ich ja bei den Außenbezirken relativ viele verschiedene Wege einschlagen. Es ist auch sehr offen, gibt es echt viel zu entdecken. Da gehe ich jetzt einfach mal so lang, wie es geht. Und sobald ich irgendwie auf Burwich, also die Stadt, stoße, gehe ich zurück und erforsche noch den Rest. Ich will ja nichts verpassen. So, hier leben extrem viele von diesen Grobbles, also die Goblins aus Grim Dawn. Und die haben tatsächlich auch sowas mit Schamanen und so und bauen Totems und all den Quatsch. Ich glaube, man erfährt auch ein bisschen was über die Grobbles an und für sich. Lore-technisch aus irgendwelchen Büchern und Notizen und sowas, die man findet. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt der Redewert ist. Also es gibt relativ wenig lore über die als Ganzes. Oh, ein Totem. Das können wir gleich mal machen. Naja, schon wieder Tiere. Sehr gut. Uiuiui. Bisschen aufpassen über all diese Äther und Gifts Sachen auf dem Boden. Ja, ein Helm. Der könnte doch was sein. Ja, Wistenhelm klingt doch schon mal gut. Was ist denn mit dem los? Der hat ja gar keinen Schaden. Schauen wir mal hier. Gardistenhelm. Direkt auf den ersten Blick eine ganze Ecke besser als meiner. Und die Gardistenbrustplatte. Die habe ich letztes Mal, glaube ich, geschmiedet. Gehört zum gleichen Set. Das heißt, wenn ich hier anziehe, gibt es auch einen Set-Bonus direkt für 50% physischer Schaden. Das ist nicht schlecht. Das hat sich doch schon gelohnt. Hm. Das mache ich eigentlich immer auf die Teile drauf. Schädigte Klaue. So. Ah, hier lebt noch was. Ich habe direkt noch was Blaues gefunden. Und ein Level abgehabt. Jetzt kann ich die Axt hier anziehen. Cool. Sieht cool aus. Okay, noch eine Zweihand-Axt. Aber die ist tatsächlich schlechter als meine. Größtenteils, äh, weil sie eben Blitzschaden verursacht und wir eigentlich überhaupt keinen Bonus auf Blitzschaden haben. Dafür gibt die hier auch, äh, zusätzlich plus vier auf Kraftwelle. Das lohnt sich natürlich mega für uns. Also. Ja, der Rest sieht nicht der Redewert aus. Ich suchte hier mal ein bisschen. So, und dann schauen wir mal in unsere Klasse rein. Okay. Wenn man hier guckt, ist unsere Kraftwelle jetzt hier auch schon bei 22 von 16. Also schon echt ganz schön hoch. 26 wäre das absolute Maximum, was man erreichen kann. Das heißt, die ist wirklich ordentlich stark. Die ist eigentlich schon auf Endgame-Niveau. Ähm. Aber klar. Einfach eine Attacke auf Endgame-Niveau heißt natürlich für Endgame auch nichts. Aber schön zu sehen, dass sie wirklich viel Schaden macht. Also sie macht so 2000 bis 2500 Schaden, je nachdem. Bei Gegnern, die, naja, 1800 Leben haben. Okay. Die Grobbles können eben auch Werkzeuge und so benutzen. Die bauen ja hier auch, man sieht ja auch Totems und so ein Quatsch. Ähm. Also das sind nicht einfach nur Tiere, obwohl sie zu den Wildtieren zählen. Wobei, Bestien heißen die Fraktion eigentlich. Also alles mit Fällen und Klauen und sowas. Sind wohl sehr eins mit der Natur, deswegen arbeiten sie mit den Tieren zusammen. Das ist auch ganz schön. Ich mach's ja trotzdem einfach alle kaputt. Tatsächlich gibt's von den Grobbles auch mehrere Fraktionen. Also nicht Fraktionen in dem Sinne, wie es eben hier Fraktionen gibt. Alle Grobbles gehören zur Bestien-Fraktion. Aber es gibt verschiedene Stämme, ähm, die man in verschiedenen Gegenden trifft. Das ist ja eigentlich auch so das ganz typische Ding für solche Fantasy-Sachen, dass es einfach Goblins gibt, die haben dann verschiedene Hautfarben. Äh. Und dann gibt's ja welche, die sind blau und leben irgendwo im Eis. Und es gibt welche, die sind rot, die leben irgendwo im Feuer und so. Und ungefähr so läuft das hier auch. Ähm. So, ich renne hier komplett wirr durch die Gegend. Hauptsache, es wird alles erforscht. Ich vergesse die ganze Zeit völlig, dass ich auch meinen Ansturm habe. Irgendwie. Dabei ist der ja auch echt gut. Aber die Kraftwelle ist einfach so praktisch. Das ist manchmal echt nicht schwierig, bei den ganzen Bäumen zu sehen, wo eigentlich die Gegner sind. Aber wenn man nah am Baum ranläuft, geht's. Ich bin begeistert, wie hier bei der deutschen Übersetzung auch das Genitiv und sowas eingehalten wird. Des Nekromanten sein Opfermesser. Das ist auch extra so komisch formuliert. Man hätte es natürlich auch Opfermesser des Nekromanten der Lehre nennen können. Aber es ist bei Grimdorn sehr wichtig, dass es Suffixe und Affixe gibt. Also es ist im Opfermesser ist quasi der Gegenstand hier. Und vorne dran gibt's Wörter und hinten dran gibt's Wörter, die verschiedene Sachen bedeuten. Und ich glaube, nicht alles, was als Suffix existiert, kann auch als Affix existieren. Und andersrum gibt aber Wörter, die an beiden Stellen stehen können. Und das macht's einem dann teilweise bei der Itemsuche relativ simpel, wenn man weiß, ich suche diesen bestimmten Zweihandhammer, aber ich brauche unbedingt einen, der ausgeglichener, imaginärer Hammer des Donners heißt. Und dann brauche ich mir andere überhaupt nicht anzusuchen, weil ich weiß, dass nur diese wirklich die Werte sind, die ich will. Zum Beispiel gibt's jetzt auch nicht so viele verschiedene von diesen Wörtern. Das geht so. Also klar, für jede Klasse eins und so. Ähm, für jedes Element. Naja, vielleicht auch ein paar. Für jede Schadensart. So, hier ist irgendwie so ein Feld. Das heißt hier auch, die Gegend, sieht man hier oben rechts immer, wie die Gegend heißt, verfaulende Felder. Hier sieht's auch ein bisschen anders aus. Es sind einfach Pilze und sowas auf dem Feld. Das gammelt gerade so richtig vor sich hin hier. Ekelhaft. Und man kann auf der Minimap auch schon sehen, da sind so zwei Sterne. Das sind tatsächlich der Balros und der Hagra. Die Hagra? Das ist im Englischen tatsächlich mir nie aufgefallen, dass Hagra weiblich ist. Uiuiui. Da sind jetzt hier direkt zwei Bosse auf einmal. Hagra macht eher so, sieht man ja, Eisfernkampfangriffe. Ball raus, hat eine Feueraura. Aber das ist... Trotz kurzen Prozess mit dem gemacht. Ich hab keine Ahnung, was da gerade explodiert ist. Wird schon seinen Grund gehabt haben. Und damit ist die Quest auch schon erledigt. Also die waren beide einfach an der gleichen Stelle. Bei der vorherigen Quest von dem Harmand, der hatte uns ja schon eine Quest gegeben, drei andere Zombies da im Whitemire zu töten. Und die waren irgendwo weit verteilt und man musste die erst suchen, aber die beiden waren jetzt einfach direkt an der gleichen Stelle. Sehr praktisch. Ich schau mal kurz ins Haus noch rein. Nicht der Räder wert. Müssten wir eigentlich bald da sein. Ziemlich weit hochgelaufen. So, hier ist eine Falltür mit einer Treppe nach unten. Und hier kommt schon die Stadtmauer, die Palissade von Burwitch. Sieht schon, ist ziemlich... Ja, es ist verteidigt, aber es ist jetzt nicht so, als wäre da sonst was an Verteidigung. Das Schöne ist, man kann quasi problemlos aus verschiedenen Richtungen nach Burwitch reinkommen. Also ich kann auch hier durch die Fallgrube gehen, da gucke ich auch gleich mal rein. Ja, meine Attributspunkte packe ich tatsächlich nur in Konstitution. Ich halte es immer sehr danach, dass ich so viele Punkte in Finesse und Raffinesse und Geist packe, wie ich für meine Ausrüstung brauche, weil manche Gegenstände haben Mindestanforderungen an diese Werte und den Rest komplett immer nur in Konstitution. In dem Spiel ist Überleben sehr viel wichtiger als DPS, deswegen mache ich es mir einfach und investiere viel in Lebenspunkte. Weil es am Ende so, dass man mit fast jeder Skillung relativ viel Schaden raushauen kann. Und selbst wenn man fast keinen Schaden macht, solange der Charakter zuverlässig überlebt dabei und, keine Ahnung, Lebensregeneration hat und einen riesigen Puffer an Lebenspunkten und so, ist das auch alles okay, dann kann er halt auch wenig Schaden machen. Kommt trotzdem überall durch. Es ist teilweise sogar effektiver. So, hier ist jemand. Mein Name ist Ulgrim. Ich werde verrückt. Eine lebende Person. Seitdem Burwitch gefallen ist, sitze ich hier fest. Habe mich auf dieser kleinen Insel verschanzt und Viecher gekocht, die mir zu nahe kommen. Während ich auf das unvermeidliche Ende gewartet habe. Du bist ein willkommener Anblick. Burwitch ist vor Monaten gefallen. Wie habt ihr so lange allein überlebt? Ja, schon ein bisschen verdächtig, ne? Ist ja so ein einzelner Typ irgendwo in so einem kleinen Zelt. Nun, ich kann zum Beispiel kochen. Ich habe früher in der Hauptstadt gearbeitet und hatte die Ehrenmahlzeiten für ein paar Adelshäuser und viele ausländische Würdenträger zu kochen. Ich bin kein Kämpfer, aber ich habe ein bisschen jagen gelernt, als es notwendig war. Es bringt mich über die Runden. Abfälle von Knochenratten sind jedoch keine feine Speise. Vor allem bleibe ich einfach ruhig und beobachte. Was ist mit dir? Woher kommst du? Wir könnten einen Koch gebrauchen. Erzähl ihm vom Gefängnis, kann ich sagen. Oder tut mir leid, ich weiß nicht, wer ihr seid, weil das Gefängnis für dich... Ähm, ich sage jetzt mal das Erste, das ist schon sinnvoll, den im Lager zu haben. Der ist natürlich erstmal mega verdächtig. Und das ist in dem Spiel auch ganz gut, da so ein bisschen auf der Hut zu sein, wenn jemand zu verdächtig wirkt. Das hat oft seine Gründe. Ich hole ihn trotzdem mal ins Lager. Manchmal ist es auch ganz witzig, sowas zu machen und zu gucken, was passiert. Euer Gefängnis erscheint himmlisch verglichen mit meiner derzeitigen Behausung. Ich wette, ich könnte auch meinen Teil dazu beitragen. Mit vollem Magen kämpfen Männer besser. Wie werden wir meine ganze Ausrüstung nach Devil's Crossing bekommen? So, ich kann ein Riftgate öffnen, euch in Sicherheit bringen und... Auf geht's. Oh, doch nicht. Ein Portal. Ich habe bisher nur eins davon gesehen. Es hat nicht die guten Jungs rausgespuckt. Ich hoffe wirklich, dass du mich nicht hereinlegen willst. Das klappt doch nie. Ja, doch, tut's. So, und tschüss. So, der ist jetzt auch schön in Devil's Crossing. Kann man dann auch mal vorbeigehen und gucken, was der so treibt. Was der so erzählt. Ist ziemlich interessant. Ah, ja, man kann die Punkte tatsächlich resetten. Später im Spiel gibt es da Tränke, die man bekommt, um die Punkte komplett einfach zu resetten. Und die kriegt man mehr oder weniger hinterhergeschmissen. Also, da hat man irgendwann einen riesen Stapel von. Und so oft resetet man die Punkte nicht. Aber ja, es ist komplett problemlos möglich. So, wo will ich denn eigentlich lang? Ich geh mal hier in dieses Gebiet um. Das finde ich so schön dran, außer der Klassenwahl ist wirklich nichts final, was die Skillung und so weiter angeht. Man kann alles immer wieder ändern, immer wieder ausprobieren. Weil klar, bei der riesigen Option an Klassenkombinationen ist es natürlich unglaublich schwierig zu erfassen, was Sinn ergibt und sowas. Da wäre es sehr gemein, wenn man dann wirklich auch einfach auf dem stecken bleibt, was man sich irgendwann mal ausgesucht hat, als man noch keine Ahnung hatte. Aber prinzipiell kann man eigentlich jede Klassenkombi mehr oder weniger funktional machen. Ob es dann wirklich auch im Hardcore-Modus gegen die Raid-Bosse eine Chance hat, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Aber das ist ja nicht immer das Endziel bei allen. Muss ich auch sagen, ich mache bei den meisten Charakteren so... Ich spiele halt auf Level 100 und spiele halt mal bis zum Endgame, aber ich mache da nicht zwingend alles an Dungeons und sowas immer nochmal durch. Je nachdem, wie ich halt Lust mit der Klasse gerade habe. Weil dadurch, dass sich jeder mehr oder weniger anders spielt, merkt man auch, dass manche Sachen mehr Spaß machen als andere. So, ich gehe mal in dieses Häusle hier rein. Da ist nämlich Alistars Tagebuch. Oh, und gute Besserung wegen deinem Corona. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So, ich lese mal das Tagebuch von Alistar. Erster Eintrag. Mama hat gesagt, ich soll in dieses Ding schreiben. Also denke ich, dass es jetzt Zeit dafür ist, da ich schon wieder Hausarrest habe. Ich habe an Abigails Haaren gezogen. Sie hat damit angefangen. Warum muss sie nicht in ihrem Zimmer sitzen und in ihrem dummen Tagebuch schreiben? Ach, sympathisch Tagebücher von kleinen Kindern. Morgen werde ich den größten Frosch fangen, den ich in den Sümpfen finde, und ihn im Zimmer meiner Schwester lassen. Mal sehen, wie ihr das gefällt. Zweiter Eintrag. Mama hat also mein Tagebuch gelesen. Jetzt habe ich schon wieder Hausarrest. Der Frosch war schon entkommen, bevor meine Schwester ihn sah. Warum ist Papa noch nicht zu Hause? Er sollte mich heute nach Burbage mitnehmen und er ist immer noch nicht von der Arbeit zurück. Alistars Tagebuch. Dritter Eintrag. Geht mir jetzt der Name? Mama sagt, dass ich nicht mehr draußen spielen darf. Perkins sagte, dass Monster in den Sümpfen umherstreifen, aber Mami sagte, dass es so etwas nicht gibt. Und sie schlug mich mit der Schöpfkelle, weil ich wieder Gerüchte verbreitet habe. Ich wünschte, Papi würde endlich heimkommen. Ich will nach Burbage. Werte Eintrag. Ich habe Angst. Ich habe wirklich, wirklich Angst. Mama hat mich und meine Schwester in meinem Zimmer eingesperrt, während sie nach Geräuschen hinter dem Haus sieht. Es ist schon lange her und jetzt höre ich die Geräusche auch im Haus. Papa, bitte komm nach Hause und lass die Geräusche verschwinden. Mir ist Burbage jetzt egal. Bitte komm nur nach Hause, Papa. Aber, ja, letztes Mal schon bei so einem sehr niedergeschlagenen Artikel gesagt, es ist in dem Spiel halt gang und gäbe, eigentlich fast jede Geschichte, die man liest, relativ traurig. Es ist halt ein Post-Apokalypse-Spiel, auch wenn es nicht ganz so aussieht. Naja, ein bisschen sieht es schon so aus. So, gehen wir mal hier hinten lang. Es ist extrem schön, wie hier alles so ein bisschen verwinkelt und sowas ist. Also man sieht meiner Meinung nach sehr deutlich, dass das Spiel sehr handgemacht ist. Also, dass die ganzen Karten und sowas nicht automatisch generiert sind. Das ist ja oft bei solchen Action-Rollspielen, ich meine, bei Diablo und sowas hat es ja vorgemacht. Da ist es ja auch ganz cool damit, aber da sind die Level ja mehr oder weniger zufällig mit so ein paar, ja, Gegebenheiten, die immer vorkommen. Aber es hat halt eine ganz andere Form von Erforschungsmöglichkeit, wenn es alles wirklich kleinstteilig zusammengeklebt ist von den Leuten, die es gemacht haben. Gefällt mir sehr gut. Das ist nett von dir. So, ich gehe mal hier in diesen Höhleneingang rein. Ich weiß selbst schon gar nicht mehr, was das für eine Hülle ist. Ah, gut, dass ich hier reingegangen bin. Hier ist ein Schrein. Es gibt hier in der Gegend, also in den Outskirts, auch so eine Höhle, die an einer zufälligen Stelle immer ist, die ein bisschen haarigere Angelegenheit ist. Oh, das heißt zufällige Stelle, die kann an verschiedenen Stellen sein. Das ist nicht 100% zufällig. Oh ja, viel zu viel Blut hier. Klar, ich müsste mal was verkaufen gehen, das mache ich jetzt auch einfach direkt. Die Zombies warten schon auf mich. So, ah ja, ich kann ja auch die Quest abgeben. Ich verkaufe erstmal hier Grimmskrams. Jetzt muss ich mal alles zweimal angucken. Was ist das hier eigentlich im Sidiansiegel? Oh, das ist nicht schlecht, das sehe ich mal auf. Eine Sache, die ich jetzt, glaube ich, wirklich langsam auch schon machen kann. Ich teile erstmal hier ein paar Komponenten. Ein bisschen mehr Rüstung und so. Aber eine Sache, die ich jetzt mal aufmachen werde, ist beim Lootfilter mal einstellen, dass ich gelbe Gegenstände nicht mehr sehe. Ich kann zwar das Geld immer gut gebrauchen vom Verkaufen, aber es ist ein bisschen nervig. Und im allerschlimmsten Fall, falls es doch mal an Geld mangelt, dann hole ich mir was von einem anderen Charakter rüber. Das soll nicht der Schaden sein. So. Du hast bestimmt eine Menge Schreckliches erlebt. Sag mir, wie war die Schlacht? Er meint jetzt gegen die zwei Zombies, die ich töten sollte. So. Sie war grausam und blutig, genauso wie ich es mag. Es war ein schrecklicher Anblick. Ich habe es schnell zu Ende gebracht. Es war traurig, die Menschen in diesem Zustand zu sehen. Ich habe sie vor ihrem Elend befreit. Die Auswahl hier ist komplett egal. Ich glaube, es soll nur ein bisschen dem Charakter eben Charakter verleihen. Es gibt ja oft so, dass es einfach die Antwort nur den Fluff ein bisschen gibt. Ich glaube auch, ich habe nie wirklich genau darauf geachtet. Ich glaube, das ist auch ein bisschen abhängig von den Klassen, was man hier zur Auswahl hat. Ja. So, ich hoffe, sie haben gelitten. Keiner hat es verdient, von diesen Monstern auseinandergerissen zu werden. Nutzt ein paar weniger auf dieser Welt. Danke dir. Hier, nimm dein Eisen. Bin ich ein bisschen komisch, dass der so ist so, ja, ich hoffe, die haben gelitten, als du sie getürtet hast, weil am Ende sind es ja Leute aus Burvitch, die zu diesem Monster gemacht wurde. Bin ich ein bisschen grausam zu sagen, oh, ich hoffe, die haben gelitten. Ich würde persönlich ja hoffen, die wurden schnell von ihrem Leid befreit, aber okay. Ist ja seine Sache, wie er das so findet. Ah, ich kann jetzt auch mit Ulgrim reden. Hier steht er nämlich und kocht. Der hier, der war vorher der Koch, der hat irgendwie ganz komische Sachen zubereitet. Und hier Edwin sagt, habt ihr diesen Typen gefunden? Er würde dir sogar eine Suppe aus Stein kochen und ich glaube, sie würde trotzdem verdammt gut schmecken. Steinsuppe, ja, ist sie besser als das, was ihr zubereitet. Wir haben wohl einen Witzbold unter uns. Ja, okay, ich muss gehen. Okay, und Ulgrim steht jetzt auch hier. Der bleibt jetzt hier auch eine ganze Weile eigentlich. Und der erzählt interessante Sachen. Wenn das nicht meine Retterin ist, ich kann dir gar nicht genug danken. Endlich kann ich wieder für andere Leute kochen. Hier, nimm dir etwas Suppe. Könnte etwas Salz vertragen, aber Captain Whisky da drüben steht drauf, dass es nur für den Kampf genutzt wird. Klar, Salz hält ja auch die bösen Geister ab und sowas. Wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, dass irgendwo Salzkreise und sowas ausgestreut sind. Am Eingang hier vom Gefängnis liegen ja auch so zwei dicke Streifen Salz. Ich laufe mal kurz hin hier. Genau, sieht man hier. Liegt das Salz aus, um die bösen Geisterfern zu halten. Ob es wirklich hilft, sei jetzt mal dahingestellt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt in dem Spiel überhaupt keinen Hinweis darauf, ob es hilft oder nicht. Aber es gibt anscheinend viele Leute, die glauben, dass es hilft. Insofern. So, schön, dass ihr euch eingelebt habt. Ne, ein Level auch dafür nicht schlecht. Komm jederzeit zurück. Ich habe ein paar alte Geschichten zu erzählen, falls du ein Ohr dafür hast. Und das ist jetzt auch ganz cool. Also zum einen kann er mir Suppe geben. Das ist quasi, wenn meine Konstitution ein bisschen niedriger geworden ist und ich was esse, wird es ja wieder voll. Mit der Suppe kann ich mich da voll heilen. Ganz ehrlich, habe ich noch nie dafür benutzen müssen. Man findet viel zu viel zu essen. Einfach so auf der Reise. Aber es geht. Das fand ich ganz cool. Aber er erzählt uns auch ein paar Geschichten. Er hat nämlich schon ziemlich viel erlebt, wie man herausfindet. So. Bist du schon dem Blutschwur begegnet? Das sind wir letztes Mal. Das sind diese Kultisten. Dem fanatischen Kult, der sich den vermeintlichen älteren Gott Ketorn hingibt. Den Kult hat es schon immer gegeben. Einige sagen, schon vor der Geschichtsschreibung. Ich dachte immer, dass der Mythos eines älteren, betrogenen und grausam zerstückelnden Gottes zu fantastisch war, um Theaterzeug zu sein. Aber seit dem Grimm-Dorn scheint es, als hätte der Kult neu gefundene Kräfte. Verzweifelte Männer strömen zu, um sich ihm anzuschließen. Spannend. Als ich am Stadtrand von Burwitch umherwanderte, begegne ich einigen Kultisten, die mich dazu drängten, mich ihnen anzuschließen. Zuerst wollten sie kein Nein als Antwort hören, aber ich spendierte ihnen einen herzhaften Eintopf und sie ließen mich dann in Ruhe. Unterschätze niemals die Macht der guten Küche. Okay. Ich... Sag mal, erzähl mir noch eine Geschichte. Schon mal über einen Slith-Eintopf nachgedacht? So ist nicht. Sie mögen uns essen und es scheint nur gerecht zu sein, dass wir sie dafür essen sollten. Aber ich hab einmal versucht, einen zu kochen und erruinierte einen Satz Kochtöpfe und Schöpflöffel. Übrigens hab ich einmal eine Geschichte gehört, dass die Slith von Menschen erschaffen wurden. Man sagt, dass des Kaisers Generalstab eine Armee wollte, die erfolgreich in den südlichen Sümpfen kämpfen könnte. Entsetzliche Menschenversuche führten zur Erschaffung eines reptilischen Humanoiden, aber sie waren unkontrollierbar, blohen aus der Gefangenschaft und brüteten dann in der Wildnis. Aber das bestimmt nur eine Legende. So, ähm... Ich glaub, er hat drei verschiedene... Ich guck mal, was er noch an Geschichten hat. Ich glaub, er hat nicht so viele. Ich glaub, drei oder so. Nicht, dass ich jetzt was verpasse. Vor dem Grim Dawn servierte ich in der Hauptstadt einigen Herren eine Mahlzeit, die in einem Gespräch über eine bemerkenswerte neue Reisemethode mit Hilfe von Arkantoren vertieft waren. Sie sagten, es würde den in der Hauptstadt stationierten kaiserlichen Armeen erlauben, fast augenblicklich in den entferntesten Provinzen zu erscheinen. Stell dir vor, welche Entfernung der Generalstab des Kaisers zurückliegen würde, um sich solch einen entscheidenden militärischen Vorteil zu beschaffen. Weißt du, wenn ich mich so reden höre, klingt das sehr ähnlich nach dem Portal, das du benutzt hast, um mich aus dem Sumpf zu retten. Ja, das stimmt. Die Portale sind ja tatsächlich eben Canon. Das ist ja nicht in allen Spielen so. Ähm... Und es ist wohl wirklich was, was erforscht wurde. So, ich schau mal. Ich klicke nochmal ein paar Mal durch, dass ich... Äh... Nicht noch eine vierte Geschichte... Ja, tatsächlich, da ist noch was. Als ich jung war, hatte ich das Pech, bei einem Bankett dabei zu sein, das für fünf Pfadfinder der größeren damaligen Roverbanden veranstaltet wurde. Es sollte ein Friedensangebot sein, aber keiner von ihnen wurde am Leben gelassen. Die Regierung dachte, dass die Rover sich auflösen würden, wenn ihre Anführer einmal tot sind. Aber sie suchten sich einfach neuer und gingen weiter. Ich bedauere es, wie sie in der Vergangenheit verfolgt wurden. Es scheint aber, dass Generationen die Wildnis und Nebenstraßen durchstreiften, während die Flucht vor dem Agenten des Reiches sie gut auf den Grim Dawn vorbereitet hat. Sie überstehen es wohl besser als die meisten und sie haben viele Flüchtlinge vom Kaiserreich aufgenommen, dass sie einmal gejagt hat. Spannend, über die Rover werden wir auch noch ne ganze Menge erfahren später. Ich glaub, jetzt haben wir... Ah, doch nicht. Eine Sache, die mir Sorgen über die Art der Geschehnisse bereitet, die sich während des Grim Dawn ereignet haben. Vor dem Angriff war ich unter der Woche in der Hauptstadt bei der Arbeit und ich erinnere mich, dass dort zwei der drei Legionen scheinbar grundlos in entfernten Provinzen entsandt wurden. Es schien mir sehr merkwürdig, dass sie zu der Zeit die Hauptstadt so ungeschützt lassen. Andererseits bin ich nur ein einfacher Koch. Wer bin ich denn, dass ich die Arbeiten des Militärs anzweifle? Ist natürlich auch sehr verdächtig, dass die Legion, die Schwarze Legion wird sie ja genannt, haben wir ja schon letztes Mal irgendwo gehört. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Wir haben ihn immer getroffen, der erzählt hat, dass er von der Schwarzen Legion ist. Und ja, die sind quasi die Armee der Hauptstadt und anscheinend wurden die weggeschickt. Das ist natürlich... Sketchy, würde ich mal sagen. Und ja, Ulgrim ist schon... Ob er rumgekommen ist oder nicht. Also ja, ist er, aber ich meine, aus seiner Erzählung hier versucht es ja immer so zu drehen von Ja, das habe ich in der Hauptstadt gehört. Ich habe mehr als ein paar Männern und Frauen gedient, deren Ambitionen und Begierde nach Macht ihren gesunden Menschenverstand überstiegen haben. Menschen kommen an ihre Leistungsgrenzen und wenn wir unsere Fähigkeiten übersteigen, führt es unweigerlich zum Unheil. Tut mir leid, das ist ein bisschen schwer für ein Gespräch beim Essen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur ein Koch. Ähm, ja, ich glaube, das waren jetzt wirklich alle. Ich lasse es mal dabei. Also Ulgrim ist schon ein bisschen komisch. Ähm, was der so zu erzählen hat, ist nicht ganz so typisch für einfach nur ein Koch. Ich meine, relativ nahe geht, dass er nicht nur ein Koch ist. Naja. So, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Weltkommando haben wir freigeschaltet. Oh. Da fällt mir was auf. So. Weltkommando ist relativ gut, da können wir mal einen Punkt, äh, rein investieren. Ich gehe gerade nur kurz hier was fixen. So. Das ist ganz nett. Das ist, äh, ein bisschen Eingriffsqualität, Verteidigungsqualität erhöht und sowas. Das werde ich später auch wieder höher pushen, aber da ist jetzt erstmal ein Punkt und nicht verkehrt. Und es ist auch ein Buff, das heißt, das kann ich hier auswählen. Und dann klicke ich es einmal an, dann wird tatsächlich Mana reserviert. Das ist, wie Buffs funktionieren hier, dass quasi dauerhaft hat man einfach weniger Mana, aber dafür ist der Buff halt aktiv. Ist mir auch jetzt überhaupt noch nie passiert, dass ich Mana-Probleme bekommen habe. Ich habe aber auch noch nie so eine richtige Caster-Klasse gespielt. Oder doch, aber es war ein, äh, Necromant-Okkultist, der dann nur Skelette beschwört hat, in einem langen Tag. Und da investiert man halt einmal viel Mana und das war's dann. So, wo waren wir denn eigentlich in einer Höhle gerade? Stimmt, ja, wie gesagt, die Zombies warten auf mich, die stehen hier alle und langweilen sich. So, bitteschön. So, bitteschön. So, bitteschön. So, hier liegen auch unglaublich viele Särge. Ich meine, es heißt auch, die Burial Cave, ist eine ganz seltsam halbwegs Übersetzung, ähm, ja, die Begräbnishöhle oder was auch immer, ähm, ja, scheint hier ein Friedhof zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es so eine Art Kript da sein soll, ein Massengrab oder sowas, oder es ist einfach eine Höhle, wo sie die Leute einfach mal reingeschmissen haben, die, keine Ahnung, nicht reich genug waren für ein Begräbnis oder sowas. Die ganzen Zombies haben tatsächlich, wie man sieht, auch ein bisschen Varianz drin. Da gibt's welche, die werfen auch mal Feuer und so. Ach, nichts, sonst wird's ja auch langweilig. So, Schrein zum Reparieren. Oh, was ist das denn? Das Lager, okay. Die Pistole, glaub ich. Ja. So, wo wollte ich denn die noch mehr? So, die Worschens. Äh, ja, wir können die Fledermaus fertig machen. Ich hab mir... Oh, doch noch nicht. Äh, wir brauchen noch einen. Ist gut, ich hab mir nämlich noch nicht genau überlegt, wo ich eigentlich danach hin will. Ich will ja, wie gesagt, eigentlich auf kurze Leilang zur Krake. Brauch ich blau und grün. Und dann nehme ich wahrscheinlich erstmal das Seemannslicht. Eine Sache, die mir persönlich extrem gefällt, äh, es gibt natürlich auch ein bisschen Grim Dawn Merch. Ich hab bisher nichts Offizielles mir angeschaut. Ich find tatsächlich auch ein bisschen peinlich, dann einfach ein großes, so, dass das Brown Cover von Grim Dawn auf dem T-Shirt zu haben oder so einen Spaß. Ähm, es gibt aber tatsächlich sehr viel im Internet einfach T-Shirts. Oh. Ganz kurz die Gegner töten. T-Shirts, die einfach die Sternbilder von den, äh, Devotions drauf haben. Äh, das find ich tatsächlich sehr witzig. Hab ich ja auch bei meinem, äh, Idol-Bildschirm im Moment beim Streamen immer, dass da dieser Iso-Pod-Sternbild ist. Aber die gibt's eben auch alle. Das kann ich sehr empfehlen. Find ich sehr witzig, weil es ist für meinen Geschmack subtil genug als Merch, dass es nicht sofort auffällt, was es sein soll. Beziehungsweise, dass es wahrscheinlich selbst Leuten, die Grim Dawn suchten, nicht unbedingt auffällt. Ich verkaufe aber keine davon, also ist jetzt hier kein, kein Ad-Read oder sowas. So, was tatsächlich hier ist direkt, sieht man ja, ein riesiger Friedhof auch. Offensichtlich von Burbage der Friedhof. Das heißt, es ergibt total Sinn, dass hier diese Höhle, äh, diese Burial Cave direkt drunter ist. Ist alles immer so ein bisschen durchdacht. So, wo geht's hier noch lang? Es gibt Gewichtszeugs überall. Okay. Burbage ist wie gesagt hier oben. Äh, hier ist aber noch eine ganze Ecke Gebiet. Das ist auch nochmal. Äh, ja. Klar, die Hintergrundbilder habe ich, äh, alle selber gemacht. Ich hab das Gefühl, das sieht man auch sehr gut. Ähm, ich geb mir auch extra nicht unglaublich viel Mühe. Also, klar, ich will schon, dass es gut aussieht, aber ich find das tatsächlich sehr lustig, dass das meiste dann diese, diese, crappige MS Paint Art aussieht. Ähm, wobei ich gestehen muss, dass ich's, äh, weder mit MS Paint gemacht hab, noch mit der Maus. Obwohl es sehr danach aussieht. Ähm. Ich mag es einfach sehr, dass es so trashy alles aussieht. Kann ich jetzt natürlich leicht drehen, kann natürlich auch sein. Ich kann's nicht. Das werden wir nie erfahren. Hier kam plötzlich grad so ein richtiger rühnender Ton einfach. Also, das kam aus dem Spieler. Ich sollte es irgendwie Ambiente ansagen, aber ich hab jetzt nicht ganz gerafft. Warum? Hier war überhaupt nix. Ich hab mich auch nicht erinnert, das schon mal erlebt zu haben. Vielleicht ist mir noch nie aufgefallen. Ach so, einfach, weil die Musik hier in Mudrow anders ist. Okay. Ganz komisch. Soll wahrscheinlich einfach nur vermitteln, dass es hier ein bisschen gefährlicher wird, was zwar, würde ich jetzt nicht behaupten, dass es stimmt, aber irgendwie wirkt's wilder und gefährlicher und gefährlicher dadurch, dass die Musik ein bisschen bedrohlicher ist. Dankeschön. Ich hab ja, ähm, ja, mit dem High-Support Hunter bin ich auch immer noch sehr zufrieden. Ich benutze ihn immer noch aktiv überall als Avatar. Bin extrem gut. Ich hab ja auch damals bei, ähm, als ich Fallout New Vegas dann doch eine Weile gestreamt hab, das hab ich dann ja nicht sehr lang durchgehalten, ähm, hab ich ja tatsächlich auch für jede YouTube, äh, Episode davon so ein eigenes kleines Cover gemalt. Und das fand ich auch sehr witzig, aber es war mir, glaub ich, auch einfach ein bisschen zu anstrengend. War allerdings nicht der Grund, warum ich aufgehört hab. Oh, tatsächlich mein Mana leerbekommen. Ha, hab ich drauf geachtet. Ups. Und dabei hab ich noch groß Regen geschwungen, dass mir das noch nie passiert ist. Das Schöne ist aber, falls das Mana leer ist, äh, hab ich immer noch meinen Autoangriff. Und das ist als Krieger, als Soldat mit einer Zweihandwaffe natürlich trotzdem noch sehr gut. Freut mich, dass du die auch geschaut hast. Ich muss sagen, Fallout war die längste Zeit wirklich absolut mein Spiel. Also ich glaub, bis Bloodborne war das mein absoluter Favorit. Aber es ist halt, fand ich, zum Streamen auch nicht unbedingt so geeignet. Es ist sehr groß, sehr offen. Und es gewinnt mehr dadurch, dass man so sein eigenes Pacing drin hat und einfach mal in Ruhe alles anguckt. Und ich bin ja eher jemand, der dann so relativ stringent durchgeht und erzählt, was er alles weiß. So, hier ist eine Höhle. Ähm, die ist die, von der ich vorhin geredet hab, die quasi zufällig an einem Ort ist. Die kann hier in Mudrow, ich glaub, in drei verschiedenen Gebieten sein. Ich bin gar nicht mehr in Mudrow, egal. Hier im Außenbezirk gibt's drei Stellen, wo die sein kann. Ähm. Ähm, die muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Hier steht nämlich auch gefährliche Domäne. Das ist tatsächlich was Interessantes. Das gibt's sehr viel in dem Spiel. Ähm, gefährliche Domäne heißt quasi, dass ein Mutator aktiv ist. Hier zum Beispiel ist jetzt, dass ich, äh, minus 10 Prozent. Oder, ja, die Spieler haben weniger Gesundheit, sind aber resistenter gegen Lebenskraftentzug. Ist immer so, höhere Gebiete haben das oft, teilweise sogar mehrere davon. Und dann wird's halt auf verschiedene Weisen schwieriger durchzukommen. Und hier ist so ein Boss, der ist tatsächlich extrem stark. Gutworm, der Menschenfresser. Der ist Level 24. Ich bin Level 18. Das ist extra so. Gegen das Skalieren, ja, mit dem Level des Spielers. Ähm, das ist extra so, dass der in ganzer Ecke stärker ist als der Spieler. Da ist eine Herausforderung. Je nach Klasse, die man spielt, ist er super einfach. Weil er ist halt ein Nahkämpfer. Äh. Aber ich glaub, als Krieger muss ich da mal ein bisschen kiten. Weil ich glaub, wenn er mich schlägt, wird nicht so spaßig. Oh ja, man sieht schon, der betäubt nämlich auch und so. Das Schöne ist, die Höhle ist aber... Äh, in einem Kreis gebaut. Das heißt, man kann ihn auch kiten, aber er hat ein Netz. Na komm, Digga. Aber es geht ganz gut so. Oh, man kann ihm jetzt auch ausweichen. Das ist noch nicht verwirrt. Schön ist, dass die Kraftbälle ja teilweise auch eine Chance auf Betäubung hat. Passiert jetzt hier gerade nicht so viel. Das hängt am Blender. Also mit einer Fernkampfklasse ist der ganz gut machbar. Gerade auch, weil seine Angriffe, wie man sieht, extrem langsam sind. Das heißt, er holt aus. Bis dahin ist man halt schon wieder weggelaufen. Also ich bin gerade verlangsamt und trotzdem komme ich weg, bevor er mich überhaupt treffen kann. Oh. Ja. Darf ich aber gut reden, ne? Äh, ja, du kannst tatsächlich später wiederkommen, wenn du sein Level aufgeholt hast. Die Sache ist aber ein bisschen die, ähm, also alle Gebiete und so weiter skalieren mit deinem Level mit, aber die haben meistens ein Maximallevel, bis wohin die skalieren können. Das heißt, allein schon hier auf dem ersten Spielverlauf, wenn du halt noch nicht auf, äh, Elite oder, ich weiß gar nicht, wie es höchst heißt, Champion oder sowas spielst, ähm, da geht das Maximallevel meistens bis zu ungefähr 75 oder so von den Gegnern. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, in Anfangskabiden ist das Maximallevel auch niedriger, das heißt, der hat tatsächlich auch ein Maximallevel, wahrscheinlich so 50 oder sowas. Aber die Sache ist, wenn du dann auf die 50 zurückkommst und den umhaust, äh, dann lohnt sich der Loot von dem natürlich nicht mehr unbedingt so sehr. Aber ich finde es sehr, also es ist in dem Spiel sehr so, ja, man kann Sachen auch aufsparen für später. Ich halte es dann immer sehr so, wenn ich merke, ich schaffe den nicht, dann lasse ich ihn halt einfach und mache ihn halt einfach nicht. Da sehe ich jetzt auch keine Schande drin. Kann natürlich sein, ähm, das Spiel hat sehr viel, äh, ähm, sehr viel so, genau, hier sieht man es, Items, die von bestimmten Bossen sind. Hier das Ding heißt solche mächtige Gatworms Auszeichnung der Meditation, der Typ hieß Gatworn, das, äh, kann nur er droppen und es hat eigentlich fast jeder besonderen Endgegner, der in der Welt rumsteht, der nicht halt irgendwie zufällig generiert ist oder so, hat, äh, irgendwelche solchen einzigartigen Items, die kann man dann halt natürlich auch gezielt farmen und manchmal will man halt ein bestimmtes davon. Ähm, der hat jetzt hier nur Fähigkeiten für Soldat und, äh, Nachtklinge, heißt das Nachtklinge? Schattenklinge. Nah dran. Ähm, das heißt, wenn ich eine Kombi aus den beiden Klassen spiele, kann es natürlich sein, dass es sinnvoll ist, den zu farmen. So. Hier ist so eine goldene Truhe. Hey, noch ein Massacke. Das gleiche Axt nochmal. Ähm, diese goldenen Truhen sind auch besonders, die kann man eigentlich immer nur einmal aufmachen pro Schwierigkeitsgrad. Das heißt, es gibt auch Leute, die sagen, ich hebe alle von diesen goldenen Truhen auf, bis ich dann Level 100 bin und laufe ich durch, mache die alle auf. Wäre mir jetzt so viel Arbeit, das ist bei weitem nicht der beste Loot im Spiel aus diesen Truhen. Da gibt es sehr viele effektivere Methoden zu farmen, wenn man mal Level 100 ist. Deswegen mache ich die mit sofort auf. So. Ist tatsächlich einfach schlechter als meine. Witzig. Es ist auch so, dass Items immer so minimal und maximal Werte haben, auf jeden von den Werten, die sie haben. Also da jetzt, wenn ich das erste nehme, die 5 bis 14 Feuerschaden. Mein anderer Massaker, den ich in der Hand habe, hat 5 bis 16 Feuerschaden. Die haben ja minimal und maximal Werte. Und manchmal hat man einfach bessere und schlechtere Varianten vom gleichen Item. Ich habe selbst immer sehr so das Gefühl, es müsste doch eigentlich so sein, dass jedes Item gleich gut ist, aber verschiedene Schwerpunkte hat. Aber es ist einfach nicht so. Manchmal hat man Glück. Aus der Meckl komme ich hier nicht raus. So. Weiter geht's. So viel zu dem. Kleiner Miniboss, der nicht weiter wichtig ist. Der spannende Teil an Guardworm ist natürlich so ein bisschen, wer ist das überhaupt? Es gibt keinerlei Lore über den. Aber er ist offensichtlich ein sehr großer Typ gewesen. In die Richtung Org geht der. Es gibt sowas wie Orgs, die gehören auch zu den Grobals. Die heißen auch nicht Orgs. Ich weiß auch nicht, ob das einfach größere Grobals sind, die gewachsen sind. Oder ob das eine eigene Spezies irgendwie ist. Davon trifft man später dann aber noch eine ganze Ecke mehr. Ich habe das Gefühl, der erste Akt ist noch relativ simpel, was die Gegner-Auswahl angeht. Oder was heißt simpel? Es ist halt sehr so... Klar, es geht gegen diese ätherischen und gegen Wildtiere. Und das war es im Grunde genommen schon. Hallo, Knete. Aber es werden, haben wir ja schon gesehen, immer wieder so ein paar kleine Einzelleute eingestreut. Also wir haben ein bisschen von den Blutschwur-Leuten gesehen, ein paar Rover getroffen und so. Das soll schon mal, glaube ich, sehr darauf hinweisen, was gibt es alles noch in der Welt. Das heißt, die ganzen Fraktionen, die später erst relevant werden, werden halt jetzt schon mal so ein bisschen angeteased hier. Dass man schon mal weiß, dass es die gibt. Das ist schön. Dann Gruß an deine Frau. Ich hoffe, die schafft es. Ich habe meine Freundin auch mal dazu überredet, Bloodborne auszuprobieren und die spielt auch nie überhaupt irgendwelche Spiele. Und dann hat sie den ersten Boss, also Scleric Beast, sogar geschafft und Gascorn halb runtergebracht innerhalb eines Tages. Und dann hat sie es nie wieder gespielt. So, hier ist eine kaputte Brücke. Die kann ich reparieren, wie die unten in der Stadt auch. Das Problem ist, hier brauche ich Dynamit und das habe ich noch nicht. Dynamit ist eine Ressource, die gibt es erst in, ja, in Akt 2, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Haben wir ja schon mal ein paar Gebiete gefunden. Da war ja hier ganz unten bei Lower Crossing so ein Gebiet, wo ich einen Stein wegsprengen konnte. Hätte können, wenn ich Dynamit gehabt hätte, aber das habe ich eben noch nicht. So, jetzt kommen wir hier langsam Richtung Stadt. Hier geht ja dann doch auch Burbage los. Jetzt wird es erstmal ein langer Teil nur noch gegen irgendwelche Zombie-Viecher. So, hier sieht es nicht so schön aus. Und hier ist die Stadtmauer. Ui, diese Feuerzombies explodieren ja, wenn man sie tötet. Das ist da vorhin explodiert, als ich es nicht verstanden habe, was los ist. So, da war Burbage. Und hier ist auch direkt das Programm. Man sieht, wenn man zum Hintereingang reinkommt, ist einfach, da ist eigentlich überhaupt nichts los. Da kann man einfach reinlaufen und fertig. Vordereingang, sagen wir, ein bisschen befestigter aus, ist aber auch nicht viel schwerer. Ist halt vor allen Dingen kürzere Weg, wenn man einfach zum Vordereingang reingeht. Der ist nämlich, ja genau hier, ist immer quasi einmal die ganze Runde gelaufen. So, war es das, oder? Boah, der war ganz schön laut gerade. Weiß nicht genau, warum. So. Jetzt war es das aber. Jetzt können wir das Portal benutzen. John Bourbon hatte ja gesagt, ich soll versuchen, das Portal hier, das Riftgate, zu sichern. Ist ja jetzt passiert, jetzt kann ich theoretisch über die Quest wieder zurückgehen. Ich kann mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Was ist denn hier? Was ist mit Ananas? Boardinghouse. Süß. Ich vergesse mal, dass man Regale kaputt machen kann. Und in Regalen kann man teilweise auch Lore Notes finden, zu was für Leute im Burbage, äh nicht im Burbage, im, in den Prison hier in Devil's Crossing festgehalten werden. Und hier ist noch ein Kellereingang. Kann man auch mal reingehen. Das ist quasi auch nochmal ein alternativer Weg nach Burbage rein. Also eigentlich hätte ich auch außerhalb von Burbage, äh, in diesem, einem Haus da, bei diesem vergammelten Feld, auch reingekonnt, äh, und mich dann quasi hier durch den Keller, durch in die Stadt reingeschlichen. Die Sache ist, die Verteidigung der Stadt ist halt absolut nicht schwer zu durchbrechen. Das ist echt eine Handvoll von Zombies. Das heißt, es hat eigentlich überhaupt keinen echten Mehrwert, dass es mehrere Wege in die Stadt reingibt. Das wäre genauso okay, wenn es einfach nur einen Eingang gäbe. Aber ich finde, das hat irgendwie Charakter, dass es so ist. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Wie immer, durch die bisschen Zufallsblockierung der Wege auf der Karte, hat's diesen Weg jetzt hier auch zugemacht. Aber dann gibt's noch den hier, der genauso da reinführt. Das ist der selbe Keller, man sieht hier auch schon, hier war ich gerade. Ist eigentlich vor allen Dingen interessant, wenn man unbedingt alles angucken will, was es gibt. Hm, hier sieht's eigentlich aus, als hätte ich dann auf der Wand durchbrechen können. Ja, egal. Was soll da schon sein? Das ist eine seltsame Nische hier. Oh, das ist interessant, was du da schreibst, dass die Portale Kreise unter sich haben. Da hab ich nie drauf geachtet. Das werde ich gleich mal genauer angucken. Es könnte gut sein, dass es Salz ist, ja. Klar, damit niemand durch die Portale kommt. Was wiederum bedeuten würde, dass die offensichtlich, äh, nicht, dass das Salz offensichtlich nicht hilft gegen die Viecher, weil die Portale sind theoretisch ja von den ätherischen Erschaffen. Die benutzen die ja eigentlich und ich übernehme die nur irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber anscheinend kann ich die irgendwie, äh, korrumpieren oder sowas, dass sie halt dann mein Portal sind. So, jetzt sind wir schon wieder hier draußen. Ich hoffe, ein paar Meter teleportier ich mich jetzt. Tatsache. Ja, das könnte sehr gut Salz sein. Hier sind auch so Runen drauf. Wahrscheinlich soll es das sein. Wahrscheinlich ist Salz für Magie oder sowas entscheidend. Also keine Ahnung. So, schauen wir uns mal ein bisschen hier in Burbit schon. So, hier wird's jetzt auch mal interessant. Kultisten-Befehle. Oh, das ist ja auch nicht gelevelt. Und wie immer überhaupt nichts gelevelt. Okay, die kann ich nur so lesen. Das ist ein Questgegenstand. Das ist nicht so eine Notiz zum Lesen. Brüder des Blutes. Die ätherische Präsenz in Burbit wird mit jedem Tag, der vergeht, stärker. Wir verlegen unsere Operationen hinter die Stadtgrenze, wo wir ungestört mit unseren Plänen fortfahren können. Wir konzentrieren uns jetzt auf Devil's Crossing, wo unser neuer Agent Direni ihre Wasserpumpe erfolgreich sabotiert hat. Bald wird diese lästige Gruppe gezwungen sein, aus ihrer Zufluststätte zu fliehen. Und dann werden sie uns ausgeliefert sein. Macht euch bereit, Brüder. Bald werden wir ihr Blut trinken. Salazar, Ketons Klinge. Direni ist tatsächlich ein NPC in Devil's Crossing. Und dass der die Wasserpumpe sabotiert hat, die wir in der ersten Folge repariert haben, ist natürlich auch spannend. Weil da war das auch so, ja, die Wasserpumpe ist kaputt, ja, geh reparieren. Und es wird gar nicht hinterfragt, so, wieso ist denn die eigentlich, was ist denn da passiert? Ähm, ja, Sabotage. Wir dachten, es wären die Slith gewesen, aber es war ein Keton-Kultist. Immer noch unsicher, ob es Keton oder Chiton heißen sollte. Hm. Okay, hier geht's nicht weiter, das finde ich auch ganz spannend. Hier sieht man schon, wo man irgendwann hin will, aber man kann hier nicht durchs Fenster klettern. Das war's, Sackgasse. Es war auch noch mal ein alternativer Weg in die Stadt rein. Wow. Das ist schön in Szene gesetzt. Hier sieht man auch was, da sind auch Leute irgendwo hier. Naja, ich geh mal in die Stadt zurück und guck mal, was der Direni dazu zu sagen hat, dass ich hier jetzt einfach ein Dokument gefunden habe, was ihn als, äh, hier setzt sich überall Salz, äh, was ihn als einen Kultisten ausweist. Ja, der Kult ist auch sehr Lovecraftian. Witzigerweise sind auch die ätherischen sehr Lovecraftian. Das ganze Spiel ist sehr Lovecraft-artig. Wenn ich drüber nachdenke, ist eigentlich fast jede Fraktion daraus irgendwas mit, was es irgendwo auch in Lovecraft gibt. Das ist sehr witzig. Sehr viel, auch die gleichen Arten von Geschichten hier. So, hier ist er, die Reni. Du machst mir langsam Probleme. Verschwinde lieber. Ich habe eine seltsame Notiz in Burwich gefunden. Euer Name wird darin erwähnt. Oh, ich, äh, würde nicht glauben, was da drin steht. Das ist verleumt. Klar, bester Ausrede. Ähm, ich kann sagen, eure Pläne sind gescheitert und euer Leben verwirkt. Oder rechtfertigt euch. Ich sag mal als Zweite, ich hab keine Lust, ihn zu töten, ist viel witziger, ihn daneben zu lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut für mich aus, aber halte deine Waffe noch einen Moment ruhig. Ja, ich hab die Wasserpumpe sabotiert, aber ich hatte meine Gründe. Weißt du, ich war hier ein Gefangener, als dieser Ort noch ein richtiges Gefängnis war. Als die Welt den Bach runterging, bin ich mit ein paar anderen hier geblieben. Es war der sicherste Ort, an den ich denken konnte. Burben dachte eindeutig dasselber, als er mit den übrigen Überlebenden hier aufkreuzte. Die Sache eskalierte schnell. Ich weiß, dass wir als erstes geschossen haben, aber die waren es, die als letztes schossen. Okay, das ist gut, die Schulze auf andere zu schieben. Die Gefangenen, die überlebten, wurden verjagt und freigelassen. Nenn mich ein Feigling, das ist mir egal, aber ich hab mich versteckt, als der Kampf hässlich wurde. Ich tauchte später auf und gab mich als ein weiterer Flüchtling aus, ohne dass es jemand bemerkte. Aber ich werde Burben nie verzeihen, was er uns angetan hat. Mir hat die Stelle gefehlt, die erklärt, wieso ihr nicht verdient habt zu sterben. Schon gut, dazu komm ich jetzt. Ja, das Spiel hat sehr schwarzen Humor. Da hab ich gemerkt, dass ich mich mit den falschen Leuten eingelassen hatte. Und glaube mir, ich hab mich noch nie mit solchen durchgeknallten Individuen eingelassen. Ich bin geflüchtet, bevor sie mit dem ersten Eingeweihten fertig waren. Ihr müsst gar nicht wissen, was das bedeutet. Ich habe aber einen Schlüssel von ihnen. Das ist der Preis für die Fehler, die ich gemacht hab. Machen wir einen Handel, ja? Du erzählst Burben nichts davon und ich gebe dir den Schlüssel zu ihrem Unterschlupf. Dort sollten einige gestohlene Gegenstände zu finden sein, die nur darauf warten, von dir abgeholt zu werden. Aber mach keine Dummheiten. Ich hab den Schlüssel gut versteckt. Ich möchte jetzt keinen Verdacht erregen. Okay, abgemacht. Okay. Sehr schön. Jetzt hab ich den Schlüssel. Ähm. Letztes Mal, äh, hab ich den Schlüssel tatsächlich als Zufallsdropf von so einem Blutschwur-Typen auch einfach schon gefunden gehabt. Und hab ihn absichtlich ignoriert, weil ihn so zu bekommen, bitte ich, ist irgendwie schöner. Hier haben wir den Schlüssel. Ein Schlüssel mit vielen seltsamen Wunnen und willkommenen Symbolen gekennzeichnet, die für Catons Kult charakteristisch sind. Und eine Notiz, die Weggeschreibung. Abgemacht ist abgemacht. Abseits der Wege der gewöhnlichen Reisenden sitzen die Kultisten gemütlich oben in den Bergen. Begib dich zur zerstörten Brücke in den Außenbezirken von Burwich. Wenn du dort bist, bleib dicht an der Klippe, bis du einen Weg findest, der in die Hügel führt. Wenn du Männer in blutgetränkten Roben findest, die dunklen Wächte herbeirufen, bist du am richtigen Ort. Der Eingang zu ihrem Heiligtuben ist hinter dem Lager im Berghang versteckt. Da waren wir sogar schon. Naja. So, ich verkauf mal wieder ein bisschen Kram. Oh ja, ich bin im Ruf bei Davis Crossing auch aufgestiegen. Ich kann jetzt Slithbrood Ticture kaufen. Und eine Giftbombe quasi. Und Steinhaertsgrill. Ein, ja, Schildblock-Buff. Ich bin nicht so der Mensch, der dauernd irgendwelche Buff-Tränke trinkt in so einem Spiel. Ich heb die mal auf. Und benutze sie dann nur bei irgendwelchen richtig fetten Bossen. Irgendwann mal, wenn ich merke, ich habe sonst keine Chance. Man kann es ja alles immer noch mal gebrauchen. Oh ja, ich kann natürlich jetzt auch mal hier mit Bourbon reden. Ich habe ja jetzt das Portal gesichert. Hast du in Burwich ein Riftgate gefunden? Wie ist die Situation da draußen? Volle ätherische Korruption, aber das Riftgate ist sicher. Gute Arbeit. Während du fort warst, habe ich ein paar Unterlagen in seinem Büro durchsucht. Ich weiß nicht in wessen Büro, aber wahrscheinlich in diesem hier. Und ich denke, wir haben unser Ziel. Wie du weißt, können ätherische von einem Mensch Besitz ergreifen und sie gefügig machen. Ich hatte immer einen Verdacht, aber jetzt habe ich nur wenig Zweifel. Der frühere Aufseher dieses Gefängnisses wurde bereits lange vor dem Grimdorn besessen. Sein Büro anscheinend. Komische Art, das zu erklären, aber okay. Wie könntet ihr euch da so sicher sein? In den Gefängnisaufzeichnungen gibt es unzählige Lücken. Gefängnisinsassen, die verschwinden und nie wieder gesehen wurden. Das Tagebuch des Aufsehers liefert ein besseres Bild über die Ereignisse. Ojan ließ der Insatz in eine geheime Einrichtung unterhalb seines Hauses im Dorf Burvich bringen. Ich weiß nicht wofür, aber es war sicher nichts zur Rehabilitation. Es gibt auch etliche Erwähnerungen von ätherischen und Riftgates. Ich muss diesen Mann finden, oder was auch immer aus ihm geworden ist. Ja, wo kann ich ihn finden? Aufseherkrieg besaß ein Anwesen im nördlichen Bezirk des Dorfes Burvich. Die Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Einrichtungen über den Keller erreichbar sind. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Aber wenn wir die Machtstruktur der ätherischen in der Region bekämpfen wollen, ist der Aufseher unser oberstes Ziel. Alles klar. Schön, Aufseherkrieg heißt natürlich auch im Englischen Aufseherkrieg. Oder Warden Creek. Ich glaube, einer der wenigen Leute mit einem deutsch klingenden Namen in diesem Spiel, was dann in der deutschen Übersetzung direkt extrem komisch wirkt, weil alle anderen haben englische Namen. So, ich schaue hier gerade mal. Ich glaube, es gibt nämlich zwei Hand-Nagkampfwaffen zu bauen. 23 ist das Level. Dass wir das nicht verpassen. Okay, bei Legendären wollte ich gar nicht gucken. Ich versuche mich dran zu erinnern, auf 23 einen Hammer zu bauen. Ja, ich hebe Tränke auch immer auf, um sie dann niemals zu verwenden. Ich glaube, das macht eigentlich fast jeder so. Ich mache es bei Grim Dawn aber sehr gern so, dass ich dann, wenn ich auf einen Boss treffe, der mich komplett umnatzt, denke ich, ah, Moment, es gibt ja noch die Tränke. Und dann werfe ich mir alle Tränke an. Dann muss ich immer erst mal gucken, was gibt es eigentlich für Tränke. Welcher bringt da jetzt was und welcher nicht. Dann werfe ich mir alles ein und werde trotzdem von dem Boss knacken. Warenlos umgenutzt, weil so einen großen Unterschied machen die auch nicht. Nur wenn es knapp ist, dann ist es natürlich so ein Trank wirklich eine Änderung. Also ich hätte, glaube ich, auch mit allen Tränken der Welt jetzt diesen riesigen Org in der Höhle nicht einfach so im Nagkampf umhauen können. Den musste ich so oder so kiten. So, genau. Hier waren wir letzte Woche schon. Jetzt geht es hier richtig los. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt durften wir da rein. Jetzt haben wir dieses Buch gefunden von dem Salazar, der hier offensichtlich was zu sagen hat. Ich hau die trotzdem gerne alle noch mal um. Hört mal ein, hab ich die. Ah, ich hab die hier sogar als Fraktion. Ketonier Schrecken aus der Lehre sind der Inbegriff von Alpträumen. Vor dem Gronendorn wurden Ketonier auf Kern nur nach einem missglückten Arkanritual gesehen oder wenn sie durch einen mächtigen Zauber angelopft wurden. Trotz der Bemühungen, diesen Brauch zu verbieten, hat sich ein Kult gebildet, der Blutrituale durchführt und ketonische Wesen anbietet. Man konnte hören, wie Mitglieder des Kultes einen bestimmten Namen skandierten. Finde ich auch sehr interessant. Die Ketonier sind eigentlich so, würde man denken, ja klar, das sind die normalen Hexenmeisterarten. Ich meine, werfen nur mich das Höllenfeuer auf einen, beschwören Dämonen und sowas. Die Okkultisten, die man selbst als klassisch spielen kann, sind witzigerweise aber keine Keton-Anhänger. Die folgen einer komplett anderen Gottheit, die nicht weniger okkult und teuflisch ist, aber eine ganz eigene Lore hat, über die man im Grundspiel eigentlich nur echt wenig erfährt. Tatsächlich wurde aber ein DLC-Pass komplett diesem Gottheit widmet. Der Okkultist, eins von den kaiserlichen Truppen gejagt, um unheimliche Macht zu kontrollieren, konzentriert sich das Handwerk des Okkultisten auf die Beschwörung und geliehene Kräfte, die ihm die drei Hexengötter, Bismil, Solail und Dreek gaben. Zu ihren verschiedenen Künsten gehören abscheuliche Flüche und Zauber, die durch Gift und entropische Energie Schaden verursachen. Auch wenn sie sich nicht mit Schwert oder Pistole auszeichnen, können sie beides nutzen, um ihre Angriffe zu verstärken. Also Okkultisten machen sehr viel mit Gift, mit Chaos, Feuer. Chaos ist quasi nochmal was anderes als einfach nur Feuer. Mit Dämonen beschwören und sowas, also was das angeht. Aber wie gesagt, die drei Hexengötter sind eben jemand ganz anderes als Caton. So, Quest abgeschlossen. Einfach fürs Reingehen gibt es direkt Erfahrung. Und ja, hier sind wir wieder in so einem... An diesem Ort wohnt eine Präsenz, die ferke ist als du. Hier ist auch wieder so eine gefährliche Domäne, steht hier. Wir haben ja schon rausgefunden, die sind ja offensichtlich gegen die ätherischen... Oh, genau, weil sie sind ja Dämonen. Ich finde die Caton-Leute nicht nur sehr Caton-artig. Ich kriege auch totale Warhammer-Chaos-Vibes von denen. Also die Dämonen sehen sehr aus wie das, was man bei Warhammer immer findet. Na, Warhammer hat ja auch einen Blutkopf, fällt mir ein. Allerdings ist der anders mit Blutkopf, als der hier. Oh, das sind Regale. Ich finde dann alles. Die übersehe ich immer ganz leicht. Oh, was ist das für ein Helm? Ah, das ist so ein richtig schöner Schurkenhelm, also Schattenklingehelm, Entschuldigung. Genau, Blut für den Blutkopf. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Lore ist, warum Khorne unbedingt Blut will in Warhammer. Aber hier, warum Khorne Blut will, wird hier noch relativ deutlich erklärt. Das ist natürlich eine sehr spannende Angelegenheit, wofür er das braucht. Okay, hier sind so ein paar Vorboten. Das sind so komisch fliegende, riesige Dämonenpriester. Ich finde es immer blöd, dass man sich die Gegner so schwer angucken kann. Ich weiß bis heute nicht, welcher Teil eigentlich das Gesicht ist. Ich bin nicht schön, dass es mehr oder weniger Zufall ist, was man für Gegner trifft. Klar, ich treffe hier katonische Gegner in einer gewissen Level-Range, das jetzt auch nicht sonst was Extremes. Dadurch waren hier jetzt einfach zwei von diesen Magiern, diesen Vorboten oder wie auch immer dabei. Vor allem, weil ich auch Veteranen spiele, sind die Gegner hier halt auch einfach schwerere Gegner. Das finde ich aber ganz witzig, weil wir in einer Lore-Note, wir haben ja in Whitemire auch eine kleine Höhle gefunden, wo die Blutschwörleute irgendwelche Rituale gemacht haben. Und da hieß es ja in einer Notiz, dass einer von diesen Harbingern Vorboten imstande wäre, ganz Burbage zu erobern. Und jetzt habe ich hier gerade zwei davon einfach umgehauen. Und bei allen Fällen, sie sind schon hart. Also sie sind schwieriger als der Rest der Gegner hier. Aber im Leben könnten die nicht Burbage im Alleingang erobern. Wenn man auf Normal spielt und nicht auf Veteranen, dann sind davon aber keine hier normalerweise. Das ist so ein bisschen der Witz der Sache, dass man den ersten Harbinger, den man trifft, also den ersten Vorboten, den man trifft, der ist so ein bisschen aus guten Gründen da spezifisch, wo man ihn findet. Andererseits war auch beschrieben, dass man für die Beschwörung von so einem Vorboten das Blut dreier Menschen braucht. Und ich glaube, das haben die hier relativ fix zusammengekriegt. Wenn ich mich hier umgucke, was hier alles hängt an Menschen und so. Und dann haben wir ja hier so eine ganze Badewanne voll mit Blut. Ich glaube, das ist mehr als das Blut von drei Menschen, wenn ich das so angucke. Ja, eigentlich schade, dass die das Blutritual hier benutzen. Das hätte so ein schöner Wellnesskeller sein können, wenn ich mir das angucke. Eine schöne Hitzegrube und so. Hier ist eine Tür. Ist in dem Spiel auch immer sehr so, wenn irgendwo eine kleine Tür ist, sollte man es drauf gefasst machen, dass womöglich danach ein Boss kommt, weil die Tür verhindert, dass man einfach wieder rausläuft. So, und da haben wir es hier. Salazars Vorbote und Salazars Klinge. Das ist der erste Vorbote, den man eigentlich in einem normalen Spiel offiziell treffen würde. Das sollte ja sehr in Szene setzen. So, oh, diese Vorboten, die sind so hart. Und das ist aber eigentlich nur das Pet von dem eigentlichen Boss. Der eigentliche Boss hier ist der Salazar. Und das ist halt so quasi der Anführer von dem lokalen Blutschwür Kolt. Aufpassen, dass ich nicht immer hier stehen bleibe. Boah, die. Hat der ein Teddybäh in der Hand? Ne, aber er hat eine Puppe in der Hand. Boah, der hat Leben mehr. So. Ich habe irgendwas ordentlich Erfahrung. Blödsinn getroppt. Oh, das ist schön hier. Also, die machen, äh, keine halben Sachen. Wo ist das hier? Mittagessen? Ne, auch irgendwelches Ritualzeug. Und hier geht es wieder raus. Und jetzt kann ich mir so eine private Wohnung anschauen. Immer noch Gegner. Das finde ich stellenweise komisch. Ergibt aber auch total Sinn, dass man es ganz oft hat, dass man den Boss besiegt. Und denkt so, ja, Level geschafft. Und dann kommen wir aber einfach danach nochmal so ein paar Gegner. Ich meine, klar, warum sollten hier hinten keine von denen rumhängen? Hier ist ein Büroraum. Auch schön. Ah. Strafregister, Seite 1. Deswegen lohnt es sich, äh, die Regale kaputt zu machen. Dafür denn man sowas. Ich dachte gerade, das wäre so ein Schminktisch. Hätte sehr für die Demon Spa Theorie gesprochen. So, schauen wir mal. Neue Hosen. Ja, kann ich alles nicht tragen. Aber hier, Strafregister, Seite 1. Leander, Blackwater, Green. Ex-Soldat, gesucht wegen Erpressung und Mordes. Leander wurde nach einem grausamen, zivilen Vorfall unehrenhaft aus der Division der Sprengmeister entlassen. Leander floh mindestens zweimal aus dem Gewahrsein, indem er verbotene Sprengvorrichtungen benutzte. Nachrichten, Übersichtungen oder Trudusnachweis sollten aufseher Krieg vom Burwich-Gefängnis vorgelegt werden. Für die erfolgreiche Gefangennahme und lebendige Auslieferung von Leander Green wird eine Belohnung von tausend königlichen Kronen angeboten. Finde ich sehr spannend, dass die Währung erst jetzt hier seit dem Grand Dawn tatsächlich Eisen ist in diesem Spiel. Ansonsten sind diese Strafregister-Seiten, die kann man immer in diesen Regalen und so finden. Teilweise auch noch ganz spät im Spiel, wenn man da endlich mal aus Versehen ein Regal kaputt macht. Die sollen einfach so ein bisschen Hintergrund bringen, dass diese Leute in dem Dallas Crossing Prison tatsächlich aber auch ziemlich krasse Verbrecher waren. Das ist jetzt nicht so, als wären da irgendwelche Unschuldigen einfach reingebracht worden. Naja, teilweise bestimmt schon, aber prinzipiell war das schon ein Hochsicherheitsgefängnis. Was ich sehr witzig finde, das fällt mir tatsächlich jetzt auch erst auf. Ich habe die Notiz vor Ewigkeiten mal gelesen und wusste nicht so ganz was damit anzufangen. Der Name Blackwater wird tatsächlich auch an anderer Stelle erwähnt. Nämlich beim Sprengmeister gibt es eine Fähigkeit, die Blackwater Cocktail heißt. Das sind eigentlich einfach Molotow Cocktails. Also wir nennen sie Molotow Cocktails, aber es gibt halt keinen Molotow in Grim Dawn. Blackwater war offensichtlich der Erfinder davon. Das finde ich ganz interessant, weil die Fähigkeiten haben oft einfach Namen von irgendwelchen Leuten. Und es geht dann ganz oft eben auf den Erfinder oder sowas zurück. Gut, also jetzt hier beim Sprengmeister nicht so viele. Aber ich meine zum Beispiel beim Arcanisten gibt es davon ziemlich viel. Das Iskandras Elementar Austausch und Ereoctis Spiegel und sowas. Und Kalidors Sturm. Panettis replizieren das Geschoss. Das ist so, ganz oft sind Fähigkeiten nach irgendwelchen Leuten benannt. Und es gibt der Lore dann halt auch immer nochmal so ein bisschen so ein Ach, das ist der. Ja, ich verstehe. Ist jetzt nicht sonst wie wichtig. Meistens sind es so ein, zweimal irgendwo erwähnt. Irgendwelche berühmten Magier. Man findet die dann auch in Itemnamen und so teilweise wieder. Manches sind einfach Sternbilder. Also irgendwie aus den Geboten und sowas. Ich muss gerade mal kurz gucken. Hier gab es doch irgendwo einen. Genau, hier Oleron zum Beispiel. Das ist ja so ein Gott. Über den haben wir, glaube ich, mal kurz geredet. Bin mir gar nicht sicher. Der ist hier beim Soldaten. Olerons Zorn ist hier zum Beispiel drin. Oder Manius Ballwerk. Das sind beides eben verschiedene Gottheiten und so. Das finde ich auch extrem nett gemacht, dass die Fähigkeiten dann nicht alle exakt nach dem selben Schema benannt sind, sondern bei jeder Klasse ein bisschen ein eigenes Ding haben. Genauso natürlich beim Okkultist. Ich habe mal daneben ganz viel so Dreeks böses Auge. Na, wo ist der ganze Rest? Irgendwas mit Sollais, Hexenfeuer und so. Büsse mir ist Bindung. Das sind ja die drei Hexengötter, die die Okkultisten anbeten. Das finde ich, wie gesagt, einfach sehr schön, dass man ganz oft irgendwelche Namen sieht und dann merkt man, den habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Und dann weiß man echt nicht mehr, was es war. Das Spiel hört nie auf, einem zurückzugeben, was das angeht. So, erstmal natürlich Konstitution erhöhen und Level erhöhen. Ich überlege gerade, ob es Sinn hat, noch irgendwo anders was reinzuleveln, aber ich glaube eigentlich gar nicht. Nee. Kriegsschrei ist auch noch richtig gut, aber der lohnt sich erst, wenn man viel reinvestiert hat und dann kostet der tatsächlich zu viel Energie, um so früh schon damit anzufangen. Hallo. Also, ich packe erstmal einfach alles in Soldaten. So. Ähm. Ja, dann kaufe ich mal mein Kram und wir gehen zurück nach Burwich. Nicht vergessen, auf 23 eine neue Waffe zu bauen. So. Und dann, hier war ich gerade schon, da geht es ja nicht weiter. Jetzt kann ich hier erstmal den Bereich absuchen. Die Hauptstraße hoch. Oh, ist schon wieder Viecher drin. Ich glaube, diese komischen Betrachter, also diese Bälle mit Augen, sind fast der einzige Gegner, über den einfach überhaupt keine Info irgendwo mal gezeigt wird. Ich weiß nicht, was es mit denen auf sich hat. Ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwo was gelesen zu haben über die. Die meisten Gegner werden ja dann oft so, es gibt halt eine Quest von wegen, oh, da ist ein Totenbeschwerer und er geht halt hin und haut den um und denkt so, wow, krass, was für ein Boss. Und ab dann ist es halt einfach ein normaler Gegner, den man am Dauern trifft. Oder halt einfach kurz irgendwie, was töte mir so und so viele davon oder sammeln mir ein Item von denen, damit man irgendwas über die erfährt. Aber diese Augenbälle sind, äh, ein Mysterium für mich. Das sind ja nicht mal irgendwelche Lebewesen in dem Sinne von, äh, dass die Ätherischen, die hier einfach mal hätten besessen können. Was, was, was war das denn vorher? Leben hier einfach Betrachter unter den Menschen einfach mal so oder was? Das ist komisch. Da sollte ich vielleicht mal einen Blick drauf haben. Ha, 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 ha. Oh, fuck. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ich glaube, es war auch der erste schreckliche Wortwitz, den ich heute gemacht habe. Sorry. Oh, hier sind Slith. Die Slith kämpfen ja auch einfach gegen die Ätherischen. Die haben auch keinen Bock auf die. Niemand mag die. Andererseits mag auch niemand die Slith. Ich muss auch sagen, ich liebe das, dass bei Ansturm, dass der einfach auch um Ecken und sowas gehen kann. Sehr praktisch, wenn man nicht genau weiß, wie man zum Gegner hinkommt. Gibt später so ein paar Level, wo man so in einer größeren Stadt immer mal wieder Treppen hoch und runter gehen kann. Und dann ist es teilweise echt verwirrend zu verstehen, wo man jetzt lang muss, um äh, die Gegner überhaupt zu erreichen. Da hilft sowas sehr. So, hier ist die große Hauptbrücke zur Hauptstadt. Und sie ist frei. Die Brücke ist auch so eine Stelle, wo gerne zufällig Geräusche liegt. Und dann kommt man da nicht durch. Hier gibt es noch einen anderen Weg. Den werde ich jetzt sowieso aufnehmen, weil wir immer alles gesehen haben. Wenn ich jetzt Feuerhain ist. Musik ist auch ganz nett hier. So, hier ist eine Falltür. War das eine von denen? Muss ich auch gleich mal runter und gucken, was da eigentlich ist. Könnte ich mich jetzt auch gerade gar nicht erinnern. Okay. Was soll ich der Keller? Einfach raten. Ich bin mir vor, wie wir in der ersten Quest in jedem anderen Rollenspiel. Ähm. Ja, es ist mehr oder weniger normal. Äh, der Charakter, den man spielt, ist sowieso eine Person von, ja, besonderer Statur, würde ich jetzt mal sagen. Ähm. Einfach anhand der Klasse. Der kann halt sowas sein wie Nekromant oder Inquisitor oder Schamane und sowas. Also jemand, der das schon gut kann mit dem Kämpfen. Ähm. Aber auch, äh, der Charakter hat eine besondere Fähigkeit, die er lore-technisch am Anfang vom Spiel gekriegt hat, dass er Portale öffnen kann. Und er war mal besessen von einem ätherischen. Das war im Intro-Video. Äh, und das wurde ihm wieder ausgetrieben. Ich schätze, ähm, es ist mehr oder weniger normal, dass man so mächtig ist. Es gibt viele Leute in dem Spiel, die so mächtig sind. Ähm. Ähm, aber warum, ob der Charakter jetzt irgendwie, äh, von einem Gott geschützt wird oder sowas, ist, glaube ich, nicht, nicht weiter bekannt. Wäre natürlich auch eine Theorie, dass, äh, der Charakter selbst einfach um so eine Art Halbgott ist oder so. Aber das ist, glaube ich, gar nicht wichtig, wer man selber ist. Aber ja, man bringt schon unglaublich viele Leute einfach mal so um. Hey, hier legt jemand tot in einem Salzkreis. Also entweder ist er einfach irgendwie verhungert oder so oder es hat tatsächlich nichts genützt. Da hat ihr auch sicher auch irgendwas gelesen. Ja, ich, ich wüsste jetzt keine, ähm, Begründung dafür, warum man selber einfach mächtig sein soll, weil ein Ätherischer einen besessen hat, weil, ich meine, ich kämpfe ja gutstäblich gegen Leute, die auch von Ätherischem besessen sind. Also, wenn man einfach stärker wird, nur weil der Ätherische wieder rausgegangen ist, das wäre ja irgendwie eine ganz seltsame Angelegenheit. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine echte Begründung ist. Es wird eigentlich nie wirklich erklärt. Ich glaube es einfach, dass man von vornherein jemand ist, der ein bisschen herausragender, mächtiger ist, weil man einfach eine besondere Rolle hat. Also, weil man halt technisch schon ein erfahrener Soldat ist oder sonst was. Man fängt ja nicht einfach bei Null an. Also, Engine-Technisch schon, aber wahrscheinlich muss sich der Charakter einfach nur erinnern, was das alles eigentlich war. Ich kann mir wenig vorstellen, ich meine, es ist eigentlich kein Action-RPG begründet, warum der Charakter nebenher einfach mal neue Fähigkeiten bekommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Charakter, weil er hat ja in der Zeit, wo er besessen war, Gedächtnisverlust erlitten, dass er einfach sich jetzt langsam wieder erinnert, was eigentlich alles kann. Wow, das ist ja volles Haushalt. Alterations and Coburn. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, jeder einzelne Laden, den man hier so findet, ist einzigartig. Also, ich kann mich nicht erinnern, ein Schild schon mal zweimal gesehen zu haben. Ich gucke die aber auch alle nicht so intensiv an. So gut sei es einfach nur noch nicht gesehen hat. Noch ein Friedhof. Eine ganze Menge von. Aber er gibt irgendwie auch Sinn. Das ist ja in den meisten Spielen auch so. Da gibt es ja nie einen großen Friedhof, aber wenn es eine große Stadt ist, dann hast du ja meistens mehrere davon. Das ist ja Quatsch, die alle an einem Ort zusammen. Ah, Apotheker. Was sehe ich auch, äh, was mir gerade auffällt. Das ist schwer zu sehen, das Schild. Und die Apotheker hat auch die Schlange am Stab als Zeichen. Das ist ja sehr, so ein universelles Zeichen für Heilkunst in der westlichen und ein bisschen in der östlichen Gesellschaften. Nicht sehr schön, aber ist der Geier, warum wir das hier haben. Weil wir haben ja sonst keine von den Religionen, die wir haben und so. Ich glaube, der Grim Dawn selber ist noch nicht lange her. Das ist eigentlich gerade noch der erste Ansturm. Ich glaube, die Gebäude sind so kaputt, weil die alles kaputt gemacht haben, nicht weil es verfallen wäre. Also, es läuft quasi echt noch die Attacke. Ich meine, die Leute im, äh, Davies Crossing Prison sind ja wirklich Flüchtlinge aus Bravich, die da jetzt gerade mehr oder weniger erst angekommen sind und sich da eingerichtet haben. Das ist bestimmt ein Monat vielleicht. Also so lange kann es echt nicht sein. Der ist sehr hoch geschätzt, ein Monat. Ich pausiere mal kurz. Die Höhle hier ist ziemlich, äh, giftig. Gibt man schon, ich komme hier rein, da kommen direkt von allen Ecken irgendwelche Ratten auf mich zu gerannt. Und das ist schon wieder grünes Wasser überall. Die Höhle hier war tatsächlich viel Spielverläufe an der erste Stelle, wo ich gestorben bin. Das ist mir doch ein großer Boss. Grundlepliff, der Horter. Der Horter ist witzig. Okay, das war jetzt doch einfacher als erwartet. Ich meine, das hier sieht halt runtergekommen und wie scheiße aus, weil es die Müllhalde ist, wo wir gerade sind. Also wir sind buchstäblich in der Müllhalde von Burbage gerade. Die sieht natürlich nicht sehr gut aus. Was ist der Schatz? Gardistenhammer, ich befürchte, dass es ein Einhandhammer ist. wusste ich es doch. Jetzt nicht so, als würde ich alle Items kennen, aber ich habe mich erinnert, dass wir den Gardistenhelm und die Brustplatte tragen und dass da ein Hammer und ein Schild, also ein Verteidiger ist das Gardisten, als zu gehören. Das heißt, es muss ja ein Einhandhammer sein. Schade. Bin ich immer persönlich sehr fasziniert von den Leuten, die so ein Spiel dann so viel spielen, dass sie den Gegenstand sehen, den Namen lesen und sagen, ah ja, das ist was für mich, ohne überhaupt zu gucken, was es genau ist. Also klar, dann nochmal genau gucken, aber dass sie sofort am Namen schon erkennen können, yo, das ist es, so was habe ich gebraucht. Das finde ich voll fasziniert immer. Man erfährt vom Main-Charakter eigentlich nichts mehr in der Story wirklich. Man erfährt witzigerweise was über den Ätherischen, der einen besessen hat, aber von einem selber, ich glaube nicht. Weil dadurch, dass man verschiedene Klassen wählen kann, das ist ja auch eine Sache, es gibt halt keine wirklich erklärbare einheitliche Lore, weil ich finde die Tatsache, ob mein Charakter halt jetzt ein Inquisitor oder ein Nekromant oder ein Okkultist ist, das sind halt zwei so verschiedene Richtungen, die der Charakter entwickelt sein kann. Das kann man dann eigentlich schwer erklären. Das muss, das muss einfach eine Person sein, die nicht näher erklärt ist. Das sind ja völlig verschiedene Kulturen, wo der herkommt und so. So, ich gehe nochmal kurz nach Davis Crossing, weil ich glaube, ich müsste noch eine Quest bekommen hier. Die habe ich irgendwie übersehen. Die kann man wie immer halt auch nachher noch holen, aber sowas mache ich ja nicht gern. Oben war die doch irgendwo. Genau hier, bei der Konstanze. Es tut mir leid, falls ich dich vorhin beleidigt habe. Deine Ursprünge waren nur ein bisschen erschreckend. Ah ja, die hatte am Anfang Angst vor uns, weil wir ätherischer sind. Waren, besessen waren. Ich habe gehört, dass du dich in den Gefahren jenseits von Lower Crossing stellst. Könntest du mir wohl ein paar Materialien besorgen? Ich kann fragen, ich nehme an, dass sind eure Kinder, das ist mir persönlich eigentlich echt egal, ob das ihre Kinder sind, aber klar, ich kann es fragen. Nein, meine Kinder sind tot. Ich habe sie zu Hause allein gelassen, während ich ausgegangen bin, um einen Nachbarn zu treffen. Captain John hat mich gefunden, als ich mich im Nachbarkeller wie ein Feigling versteckt habe. Welche bösen Götter würden die Unschuldigen abschlachten, während Unwürdige wie ich verschont bleiben. Captain John hat mich hergebracht und mir diese Kinder Jane und Alex gegeben, um auf sie aufzupassen. Für sie zu sorgen, ist das Einzige, was mich noch am Leben hält. Ja, ich bitte auch, eure Verlust. Die Orte in den Artworks kann man alle noch sehen und bis auf den Typ mit dem Hut, also der ist ja dieser Standard-Grimdawn-Okkultisten-Guy, das ist, glaube ich, einfach einer von den Blutgeschworenen oder so. Aber die anderen beiden sind tatsächlich auch Charaktere, die vorkommen. Der mit dem Säbel und die Frau mit dem Schädel. So, was brauchst du eigentlich? Weißt du, vor dem Grimdawn war ich Schneiderin. Nichts Besonderes. Habe gerade so viel verdient, um über die Runden zu kommen. Aber jetzt sehe ich die Gelegenheit, meinen Beruf zu nutzen, um hier etwas zu bewirken. Ich würde gerne ein paar neue Schutzdächer und vielleicht neue Kleidung nähen, falls noch genug Stoff übrig ist. Alex und Jane verdienen etwas Besseres als das hier. So ist doch hübsch. Wenn du bitte jeglichen Stoff einsam bist, den du findest, wären die Leute hier sehr dankbar. Das Hafengebiet in Berowitsch wäre für den Anfang ein guter Platz, um zu suchen. Hafengebiet ist, wo ich gerade hinkomme, deswegen habe ich die Quest schnell geholt. Wie gesagt, wäre kein Drama. Ich hätte den Stoff auch mitnehmen können, ohne die Quest zu haben und danach mit ihr reden. Ja, dann sieht man sie mich auch auf der Karte schon. So, das erste Stoff. Ich frage mich, ob es ein First-Person-Mod für das Spiel gibt. Das wäre auch witzig. Oder ein VR-Mod. Oh Gott. Ui, was ist das für einer? Mal Notris. Okay. Blitzablight. Das ist ja schön. Ja, die Rektor-Physik ist genial. Deswegen liebe ich auch den Ansturm so, weil dann die Gegner oft einfach komplett wegfliegen. Das ist noch mehr als bei der Welle. So, ich bin jetzt das ist hier tatsächlich quasi der richtige Hafen von Burwich. Customs House. Okay. Das ist das Zollamt, wenn ich mich nicht irre. Auf geht's. Ich bleib weiterhin erstmal bei Soldatleveln. Was kommt jetzt hier? Oh cool, jetzt wird noch Wundschaden und Blutungsschaden auf die Kraftwelle gepackt. Und langsam mal Angriffsgeschwindigkeit für den Gegner. Wundschaden und Blutungsschaden sind beides Dots. Wundschaden ist mehr quasi die einfach für physische Attacken quasi die Dot-Variante und Blutungsschaden ist mehr für Piercing Damage, also Durchschlagsschaden die Dot-Variante. Ist ein bisschen komisch, das so aufzuteilen. Ergibt aber irgendwie Sinn, wenn man wirklich viele verschiedene Schadensarten es gibt. So wie man halt natürlich auch einen einzelnen Dot für Feuer, für Blitz, für Eis und sowas hat. So, hier ist ein blaues Buch, das Logbuch des Hafenmeisters. Ein weiteres Boot bedutzte ein vermummter Gefangener ist angekommen. Wie üblich hatte ich schon ein Wagen auf sie gewartet, wie üblich hatte schon ein Wagen auf sie gewartet, aber soweit ich gehört habe, nimmt er sie nicht weit mit. Einer der Hafenarbeiter kam von Burwich zurück, nachdem er dort bei ihrem neuen Arzt gewesen war und er sagte, dass ein Wagen draußen bei Kriegs Villa gehalten habe. Der Junge fragte nach den Gefangenen und einer der Betreuer sagte, Rehabilitation. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es hat über ein Dutzend dieser Gefangenentransporte in ebenso vielen Wochen gegeben. Ich verstehe nur nicht, wie sie alle in die Villa passen. Es ist mir egal, wie groß der Ort sein mag. Krieg wird unter seinem Dach kein Gefängnis mit nutzlosen Dieben halten. Etwas Seltsames geht dort vor und ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Werde wohl Marmoth benachrichtigen müssen, damit einer ihrer Inquisitoren hierher kommt und diese Merkwürdigkeit überprüft. Kann aber auch nicht sagen, dass ich einen dieser Inquisitoren haben will, der hier herumstochert. Sie beunruhigen einen. Malmoth ist die Hauptstadt von Cairn. Vergiss immer, welcher Name von dem Land ist und welcher von der ganzen Welt ist. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Waren. Ja, weil es ist witzig, dass die Frage gerade aufkommt. Malmoth, die Hauptstadt, ist tatsächlich auch komplett von ätherischem überrannt. Und da kommt man auch hin und das ist mehr oder weniger das Finale der Hauptstory und war auch ein DLC. Also Marmoth ist dann ganz hier oben. Ist schon ein bisschen größer. Und das ist wirklich eine richtig große Stadt und da muss man sich quasi im fünften Akt dann komplett hier einmal hocharbeiten durch ein riesiges Sumpfgebiet wieder. Lieben Sümpfe. Finde ich persönlich auch richtig schön. Also Marmoth sieht halt auch komplett aus wie Rotz, aber ist halt, dadurch, dass es eine sehr große Stadt im quasi viktorianischen Zeitalter ist, also sehr mit so vielen mehrstückigen Häusern und sowas, weil hier, Burwich ist ja dann doch eher wie ein Dorf, hat das natürlich einen ganz anderen Effekt. Sorry, ich habe deine Frage falsch gelesen, ob man in eine Stadt kommt, die nicht von ätherischen überrannt wurde. Muss ich kurz nachdenken, ob man in eine richtige Stadt kommt? Ich glaube schon, ja. Man kann darüber streiten, ob es eine Stadt ist. Hier ist eine Stadt, die heißt Homestead, das ist so eine Art Bauerndorf, das ist auch sehr so zusammengezimmert, es sieht eigentlich aus wie was, was man in Fallout 4 selbst gebaut hat. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vorher einfach auch schon so aussah. Das ist schwer zu sagen. Ich kann aber verraten, ja, man kommt natürlich in Städte, die nicht von ätherischen überrannt wurden, sondern von ketonischen oder von Sumpfgeistern oder sowas. Das gibt es auch. Oh, was rede ich da? Ja, klar, es gibt hier Barrowhorn. Das ist tatsächlich ein noch funktionales Dorf, zwar auch nur, keine Stadt, aber wirklich auch ein sicheres Dorf mit noch ganzen Häusern, das noch komplett, wo noch die Leute leben und so. Ja, das gibt es. Ich vergesse, wie viele Orte es gibt. So, jetzt kommen wir hier schon in die Burwich Estates, wieder rein in den Friedhof. Die Estates sind quasi das edlere Viertel hier. Das ist, wo wir mehr oder weniger hinwollen die ganze Zeit. Hier hat der Krieger seine Villa. Irgendjemand hatte ja auch davon geredet, dass er alles verloren hat und der war imstande in die Estates zu ziehen in Bangles. Ja, die Leute haben wirklich viele Probleme mit dem Spiel. Von allen Seiten kommt irgendwas Neues und sowas. Der Spaß ist, das letzte DLC, das Wüstenbasierte, das ist dann quasi hier in der komplett eigenen Gegend. Das ist auf der Karte nochmal anders abgezeichnet. Da geht es dann halt auch plötzlich um eine Gefahr, die hier im Hauptspiel überhaupt noch nicht ersichtlich war. Die wurde angeteasert, die ist in der Story komplett verankert, aber es war halt einfach, es ist halt quasi einfach neu. Du kommst da an und plötzlich so, ach, das ist jetzt auch noch ein Problem geworden. Ah, cool. Also es hört einfach nicht auf. Die Leute kriegen hier keine Pause. Oh, schon wieder. Teller. Muss man natürlich rein. Teller muss man immer untersuchen. Ich habe das Gefühl, so ein Action-RPG mit einer fröhlichen Hintergrundgeschichte wäre irgendwie nicht so meins. Vielleicht gibt es das auch, aber ich glaube, da hätte ich nicht so viel Spaß dran wie bei den betraurigen Hintergrundgeschichten. Vielleicht bin ich irgendwie, keine Ahnung, sadistisch veranlagt oder sowas. So, einmal ein paar Fahrlauf machen und Brotem. Einen ätherischen Brotem und was hier für Viecher direkt rauskommen. Ach, du heilige Scheiße. So was haben wir auch noch gar nicht gesehen. Oh, oh, oh. Junge, die lassen mich hier gar nicht mehr raus. Echt übel. Die sperren mich hier quasi komplett ein und dann stehe ich die ganze Zeit in Meille von dem. Es hilft zum Glück immer sehr, die Gegner einfach mich auseinanderzuziehen. Dann bleiben manche, wo sie waren und manche kommen hinterher. Müssen sich nicht mit allen gleichzeitig rumschlagen. Oh, das war's auch schon. Brustschutz des Nachtjägers. Uh, das sieht gut aus. Aber bringt uns nichts. Ja, also, es war tatsächlich vorher ruhiger. Es ist auch so, das Grim Dawn ist ja wirklich so der Moment, wo es plötzlich alles eingebrochen ist. Es ist kein Zufall, dass alles gleichzeitig passiert ist. Das Grim Dawn bezeichnet quasi die Invasion von den Ätherischen. Aber die Ktonia haben diesen Moment auch als Gelegenheit genutzt, weil die sowieso drauf gelauert haben, irgendwann zuzuschlagen. Und dann war es halt so, ah ja, cool, jetzt sind die Ätherischen da. Die können sich offensichtlich nicht leiden. Die Ätherischen fangen an, alle Menschen zu übernehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob die noch wirklich geeignet sind als Opfer für die Ktonia. Das heißt, jetzt mussten die ja quasi auch zuschlagen. Wenn sie gewartet hätten, ob die Ätherischen gewinnen oder nicht, hätte es sein können, dass der Plan von denen nie mehr aufgehen kann. Deswegen passieren hier halt mehrere Sachen gleichzeitig. Selbst das ist begründet. So, raus hier. Und der ganze Rest, das meiste, was man sonst an Gegnern findet, sind viele Gegner dabei, die halt wirklich auch schon jahrelang existieren, die aber nie ein Problem waren und auch jetzt nur ein Problem sind, weil ich halt irgendwo hin will, wo die gerade sind oder so was. Also es passiert auch öfter mal, dass man irgendwo durch will und da ist halt jemand im Weg und der sagt, so geht es nicht, das ist mein Gebiet und dann haut man ihn halt einfach kaputt. Ist ja völlig normal. Oh, da sieht man schon das Schild hängen. Resident of Warden Creek. Hier wollen wir hin. Ignoriere ich jetzt aber erstmal, weil das ist natürlich, wo das Spiel wirklich weitergeht und erforsche erstmal den ganzen Rest, bevor wir da reingehen. Äh, ja, es wird drauf eingegangen, wo die Ätherischen herkommen und es wird drauf eingegangen, warum die hier sind und was die hier eigentlich wollen. Das ist auch kein Zufall, dass die hier sind. Das ist nicht einfach irgendwas, was halt mal eben so passiert. Es ist aber tatsächlich, kann ich direkt auch spoilern, glaube ich auch nichts, was irgendwie von Mensch gemacht ist oder so was. Also es ist nicht so, als hätten irgendwelche Menschen irgendwelche Experimente gemacht und dadurch sind die Ätherischen gekommen oder so was. Oder eher, haben die Ätherischen erschaffen oder so. Das ist nicht, was mit denen los ist. Die sind schon tatsächlich eigene Fraktion mit eigenen Gedanken und, äh, ja, Motivation eben. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie sehr tatsächlich in der Main Story erklärt wird, wer die Ätherischen sind oder warum die jetzt hier sind oder ob es eher so Hintergrundinfos sind, aber schauen sie eh versuchterweise mal beides an. Komm, hier viele. So, erst mal diesen Schrein hier und dann geht's in diesen Keller. Der Keller ist schon mit einem Stern markiert. Das lässt schon darauf an, dass irgendwie sehr wichtig für eine Quest ist und so viele Quests haben wir ja nicht mehr. Das war's schon. Das war's schon. Schön. Der Votionspunkt. Jetzt kann ich auch endlich hier, äh, meinen Zwillingsfangzähne freischalten. Und das ist das Schöne, wenn man hier Fähigkeiten kriegt bei den Sternbildern. Die, äh, muss man festlegen auf eine andere Fähigkeit. Ich mach's jetzt hier auf Kraftwelle. Das heißt, immer wenn ich Kraftwelle wirke, dann hab ich 20% Chance dabei, auch Zwillingsfangzähne zu wirken. Und man sieht auch, die haben auch eine Stufe. Da steht aktuell Stufe 1 von 25. Ähm, die Fähigkeiten hier kriegen quasi auch Erfahrung. Also jede Erfahrung, die ich verdiene, verbessert auch die Fähigkeiten bis Stufe 25 oder so. Das heißt, die Fähigkeiten, die ich hier bei Devotion freischalte, werden besser, je mehr ich sie benutze. Also, je früher ich die freischalte, umso schneller krieg ich die auf ein Level, wo es dann richtig abgehen kann damit. So, jemand war vor kurzem hier. Die Zwillingsfangzähne in Erinnerung sind einfach quasi so eine Vampirfähigkeit, 20% Chance beim Angriff, dass ich ein bisschen Leben vom Gegner stehle, was natürlich bei meinem Standardangriff echt gut aufgehoben ist. Na, der Keller hier ist eigentlich ganz witzig. Hier sind unglaublich viele verschiedene, also hier sind unglaublich viele ätherische, aber auch irgendwelche Ratten und die kämpfen tatsächlich aktiv gegeneinander. Und hier ist jemand. Die Darlet. Das ist die Gehilfe von Kasparov. Ich kann nicht glauben, dass mich hier draußen jemand gefunden hat. Ich bin in diesem Keller gegangen, um nach Vorräten zu suchen und wurde von den Toten von der Oberfläche abgeschnitten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auch ein Salzring um sich rum und sie lebt immerhin noch, aber die Tür war auch zu, wer weiß. Kasparov schickt mich. Ich kann ein Riftgate für euch öffnen und euch in Sicherheit bringen. Du kannst das? Das weckt zwar nicht gerade mein Vertrauen in dich, aber andererseits mag ich die Alternativen auch nicht. Portale auf. Und tschüss. So. Das ist sehr hilfreich, die Darlet zu haben. Die ist nützlich. Die steht jetzt beim Kasparov rum und macht da ihren Job. Kasparov war der, ich würde sagen, verrückte Wissenschaftler aus Davis Crossing. Wenn ich mir ansehe, wie die Welt aussieht, ist er wahrscheinlich auch nur ein ganz normaler Wissenschaftler. Dann gibt es noch wesentlich verrücktere hier. Okay, hier ist noch ein Ausgang. Dann ist noch ein anderer Ausgang. Wie immer, solange die Karte noch ein paar zu Flecken hat, muss ich hinrennen. So, wenn man die Fangszähne bei Skelettbeschwörung nutzt. Ähm, ich glaube, dann wird er tatsächlich und ich bin mir gar nicht 100 pro sicher, was es dann zu bedeuten hat, aber ich glaube, die Skelette können das dann selbst tatsächlich auslösen. Also die können dann mit ihren Angriffen die Fangszähne tatsächlich wirken, ja. Das heißt, wenn man irgendwann mehrere solche Zauber hat und mehrere verschiedene Arten von Pets beschweren kann, lohnt es sich natürlich sehr, sich zu überlegen, welchen Zauber will man, dass er öfter gewirkt wird. Was ist das für ein Schild? Karte Creamery? Ach, das ist eine Kuh. Ich dachte, das wäre eine Ratte. Schau, was ist das für ein Laden, der aber eine riesige Ratte als Werbung hat. Ah, hier ist der dritte Ausgang von dem Keller gewesen. Schauen wir mal, was ich alles gut schaffe heute. Ja, die Sternenbilder machen das echt auch nochmal richtig extrem. Da kann man so viel verschiedenen Kram rausholen. Es gibt dann halt auch so Fähigkeiten, die einem helfen, plötzlich mit anderen Elementen umzugehen, als der Charakter eigentlich gedacht wäre. So, hier ist eine fette Barriere, die kann ich nicht aufmachen. Die ist auch tatsächlich dann erst im fünften Akt wichtig. Da wird die dann aufgemacht. Der fünfte Akt war ein DLC. Das heißt, es ergibt auch Sinn, dass man da jetzt halt einfach noch nicht rein kann. Und diese Barriere war dann wahrscheinlich halt einfach für Leute, die das DLC nicht haben, nicht da. Oder sie können sie halt einfach nie aufmachen. Hier ist eine Straße komplett kaputt. In der großen Brücke rüber. Hier geht es einfach gar nicht weiter. Auf die Seite kommt man später. Witzigerweise aber auch noch. Später meine ich sehr viel später. Sehr, sehr viel später. Okay, jetzt sind wir wieder bei der Brücke. Schön, ich habe gefühlt vor einer Stunde gesagt, ah, hier ist die Brücke, aber da gehen wir nicht lang und dann bin ich hier komplett ausgelaufen. Oh. Die Sternenbilder sind vor allen Dingen finde ich auch ein extrem cooler Aspekt, weil man dafür halt die Welt erforschen muss. Also wenn man einfach nur der Hauptquest folgt und durchrennt, dann hat man halt wirklich nicht so viele von diesen Devotionspunkten am Ende und das ist natürlich echt blöd. Und ich bin ja jemand, der es liebt, die Welt zu erforschen und alles mal abzugrasen. Das heißt, für mich ist das natürlich perfekt. Und ich glaube, wenn man wirklich gründlich sucht, kann man im ersten Spielverlauf irgendwie so 40 oder so von diesen Punkten schon finden. Und das werden eigentlich nur mehr mit jedem weiteren Spielverlauf. Das Maximum ist aber 55. Das heißt, wenn man nicht wirklich erforscht, kriegt man wahrscheinlich schon irgendwann auch alle zusammen. So, hier steht Typ. Embalming Service. Free from odor or infection. Dr. Bergen. Harvey, der Herumtreiber. Jetzt, bevor ich das lese. Er hat hier eine Puppe auf dem Stuhl sitzen. Süß. Du hast meine Tür zu stören. Oh nein! Die verfaulten Untoten werden dich hören. Sie werden Klein Walter und mich finden. Ich kann Tür nur zerstören. Ich kann die nicht einfach aufmachen. Also, das ist natürlich auch fies. Warte, bist du verfault? Nein, nein. Denn sonst könntest du uns nicht finden. Es wird nie auf die Idee kommen, hier zu suchen. So, der ist offensichtlich hier ein bisschen einsam. Ich kann sagen, ich komme aus Devil's Crossing und kann ihn dorthin bringen. Ich kann fragen, ob er aus Burwich kommt. Das mache ich mal als erstes. Ja, ich wusste, dass die Verfaulten kommen würden. Ich wusste es. Ich habe versucht, jeden zu warnen, auch meine Familie, aber alle hielten mich für verrückt. Ich wollte sie retten, aber ich konnte einfach nicht hierbleiben. Verstehst du nicht? Ich hatte keine Wahl. Ich musste mich verstecken. Nachdem die Verfaulten jeden in der Stadt getötet hatten, alle außer Klein Walter, kam ich zurück. Das ist clever, verstehst du nicht? Sie sind jetzt im Sumpf, aber sie würden nie auf die Idee kommen, nochmal in der Stadt zu suchen. So, ich kann ein bisschen fragen, was es in der Gegend so gibt. Mache ich mal. Was? Harvey verlässt nicht oft sein Zuhause. Also Harvey ist, falls noch nicht klar ist, die kleine Puppe hier. Außer, wenn du die Verfaulten kommst. Dann versteckt sich Harvey im Durchgang unter der Bürke. Führt zum alten Hallowed Hill, aber viele Tote dort. Ah ja. Okay, was kann er noch so? Ich kann dir fragen, ob er mit der Puppe gesprochen kann. Ich kann auch sagen, um die Verfaulten muss er sich keine Sorgen mehr machen. Ich bin hier, um sie zu beseitigen. Was? Nein, nein. Wenn du tötest, kommen sie zurück. Sie suchen die Lebenden und sie finden Harvey und Klein Walter. Hier sind wir sicher. Sie werden nie suchen. Du wirst alles ruinieren. So. Ich sag ihm mal, er soll nach Dennis Crossing gehen. Ich kann ja hinbringen. Nein, nein. Ich kann nicht gehen. Nur hier ist es sicher. Hier müssen wir bleiben. Ja, ja. Ich mein, Spoiler Alert. Alles, was passieren kann, ist, dass er entweder einfach hier stehen bleibt oder dass ich ihn töte. Ich sag jetzt einfach mal, dass ich drauf bestehe, dass er mitkommt. So, ich kann nicht zulassen, dass du mir das kaputt machst. Ich werde mir Walter nicht wieder wegnehmen lassen. Und er ist feindlich. Wahn, was ein Kampf. Es ist ein bisschen schade drum. Ich glaube, das Beste, was man schaffen kann, ist, dass er halt hier bleibt und dann wird er offensichtlich sterben, weil die ätherischen natürlich nicht einfach nie wieder hierher kommen. Das ist ja klar. Aber das ist nichts, was in der Lord, glaube ich, irgendwo passiert. Ich habe es nie ausprobiert. Meistens töte ich ihn. Hier ist ein kleiner Arztladen. Ist auch schön. Mit dem, was heißt Arztladen, in der Praxis. Das finde ich auch ziemlich cool gemacht alles. Das sind kleinen Plakaten hier. Schön. So, Tür auf. Hm. Ich kann auf die Uhr schaue. Überlege ich gerade. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch zu diesem Durchgang, von dem er erzählt hat und gehe dann in Wardencreeks Haus. Da kommt nämlich dann auch relativ bald wieder ein Portal. Das finde ich ein ganz guter Abschluss. Das heißt, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen länger als 22 Uhr. Aber nicht viel. Nicht, falls ihr irgendwelche anderen Pläne noch habt. Stimmt, noch ein Level bis zum Hammer. So, hier unten ist der Durchgang. Mal wieder so ein Gebiet, was einfach auf der Karte nicht verzeichnet ist. Deswegen ist es ganz nett, dass er einem das sagt, wenn man es nicht zufällig eh findet. Weil man kann diese Höhle teilweise von der Brücke aus schon sehen. Da weiß man ja, da muss man umgegenkommen. So, gefährliche Domäne. Oh, oh, oh. Lass mal ein Portal. Und hier sind nur Slith, wie immer. so ein Totem richtig angesehen. Okay. Okay. Hier sind die Tierschädel dran. Cool. Oh, oh, oh. da ist, da ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja noch mal Lust. Und hier ist ja, da ist ja noch mal ein Tierschädel dran. jedoch nichts ja das war das und hier geht es raus auf den hallo ich bin mir nicht 100 pro sicher ich glaube der hallowed hill ist so was wie der haupt fliedhof von bürger ist jetzt auch nirgendwo beschrieben ist eher so environmental storytelling aber es ist halt hier so ein einzelner kleiner hügel und wer gleich feststellen dass ungefähr 80 prozent des hügels aus fliedhof bestehen ich spiele hier schon alles das stimmt dass die slip tatsächlich vielleicht ein experiment der armee waren oder so ist tatsächlich auch sehr spannend und ja diese wasser magie die die haben es auch relativ einzigartig ich glaube auch das ist nichts was der spieler irgendwie lernen kann die meisten zauber die man von gegnern sieht sind so sachen da denkt man ja klar folgende klasse kann das auch aber ich glaube wasser magie ist komplett einzigartig ich muss mich schon wieder sofort verkaufen gehen ich kann ja auch hier die quest abgeben hier bei der damit vielen dank dass du mich rechtzeitig gerettet hast kasper hat keine zeitverschwendung mich zurück an die arbeit geschickt ich bin hier wenn du mich brauchst frag einfach so und jetzt habe ich damit den die erfinderin freigeschaltet und die kann verschiedene sachen es gibt bergung der montage transportieren der montage transportieren muss ich erst noch freischalten bergung ist einfach dass ich von dem gegenstand seine komponente unternehmen kann oder eine komponente aus dem gegenstand bekommen kann also entweder ich zerstöre die komponente oder den gegenstand ist beides möglich manchmal hat man halt echt teure komponenten die man auf irgendwas drauf geschmissen hat und dann findet man eine bessere version desselben items dann ist es einem das schon wert das item zu zerstören um die komponente aufs bessere zu werfen und zauber geschwindigkeit ist ganz gut ja die zieht es auch mal ein kleiner kleiner meter wissen die druckwelle ist keine angriff sondern ein zauber das heißt was zauber geschwindigkeit erhöht ist tatsächlich auch für die druckwelle gut kraft will ich hab's ja letztes mal schon erwähnt aber ich vergesse so oft einfach zu skippen ich renne so oft einfach und meistens blinkt dann der eine button nur nicht mehr weil ich das inventar für irgendwas aufgemacht habe so ein paar geste haben neue kleidung herzustellen viele leute tragen hier nichts als lumpen und nimm bitte diese jacke Ich nähe sie für Bricks und die anderen Wachen, aber ich denke, du hast dir die erste verdient. Dankeschön. Hat sich echt gelohnt. Aber jedenfalls haben wir jetzt hier schönere Dächer. Das ist doch was. Die leeren Räume werden tatsächlich irgendwann, wenn ich es nicht verkacke, auch noch mit Leuten besetzt. So, jetzt aber schnell. Viel haben wir nicht mehr vor uns, aber ich will auch nicht zu weit überziehen. Was ich vorhin erzählt habe von den einzigartigen Gegenständen, die Bosse tropfen können. Es gibt auch sehr viele, in Anführungszeichen, einzigartige Gegenstände, die normale Mobs tropfen können. Hat man gerade gemerkt, ich habe mehrmals von diesen Fleischverformen und Schlechtern und sowas Mutantencoil gefunden. Das ist halt auch so ein Ding, die tropfen halt nur von denen und dann tropfen die von denen aber auch relativ zuverlässig. Und es gibt tatsächlich auch sehr legitime Skillungen, die sagen, ich brauche aber dieses grüne Gewehr von folgendem Gegner. Und dann farmst du halt einen Standardgegner und du kriegst es halt von denen. Also es gibt echt total sinnvolle Skillungen, die nur grüne Items und gekaufte Items benutzen oder gebaute Items. Und ja, dass die Basis sich weiterentwickelt, finde ich auch ein richtig schönes Feature. Ist auch sehr cool, wenn man später dann in eine andere Basis kommt und die dann auch langsam aufbauen kann und so. So, hier ist noch mehr Friedhofszeug für mich gruften und so, in die man vielleicht zum Glück, vielleicht auch schade, nicht rein kann. Ich glaube, das war es hier jetzt auch schon. Ich habe da ja gerade eine goldene Truhe gefunden. Das ist eigentlich alles, wofür man das wirklich hier macht. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist hier tatsächlich auch ein Schrein. Also auch eine Sache, dass auf höheren Schwierigkeitsgraden teilweise mehr Schreine existieren. Um halt dann den Leuten, die nicht einfach alles fanatisch erforschen, auch eine Möglichkeit zu geben, die Schreinzahl voll zu kriegen. Ich brauche mich mal und laufe über die Brücke. Das geht, glaube ich, schneller, als da jetzt wieder komplett zurückzulaufen. Jetzt bin ich zwar wieder ganz hier unten, aber hier bin ich auch schnell hingelaufen. Und jetzt geht es zu Warden Creek, äh, Aufseherkrieg, sorry. Wenn man einmal alle Gegner weggeputzt hat, dann ist es meistens echt nur noch Laufen nach der Karte. Oh, ein Schild. Public House. Ah. Ich glaube, wirklich jedes Schild ist einzigartig. Oh nein. So, das ist das kleine Anwesen vom Aufseher. Weißt du, der ist nur der Aufseher vom Gefängnis, der ist nicht mal irgendwie so ein Händler oder so. Und hier ist es direkt ein riesiges Anwesen für den alleine. Niemand hat so einen schönen Vorgarten. Oder so viele Zombies im Garten. Äh, ja, ich habe tatsächlich mir einen Greenscreen zugelegt, ja. Der ist auch für die Arbeit ganz praktisch, aber... Ist eigentlich nur auch über so einen Raumteiler so eine grüne Greenscreen-Decke drübergeworfen. Ich habe mir auch eine bessere Kamera dafür gehört. Äh, auch nur eine Webcam, die ich halt auch sehr viel bei der Arbeit benutze, aber... Ja, das Headset, äh, ja. Das hatte ich eigentlich, habe ich auch schon länger. Das habe ich mir verkolt, weil ich es extrem geil finde. Und ich kann es tatsächlich empfehlen. Die Qualität ist wirklich gut davon. Hört sich sehr gut an beim Tragen, hört sich gut an. Ist nicht nur ein Meme. Aber es ist auch ein Meme. So, Inquisitor, Creed's Tagebuch, dritter und vierter Eintrag. Äh, die ersten zwei haben wir gefunden. Boah, ganz hier unten bei Lower Crossing in einem Haus, in einem Hotel. Die lesen wir jetzt mal noch. Hatte ja der Hafenmeister geschrieben. Werfen Leute Feuer, legen es raus. Außen gegen die Kamin, okay, so geht es nicht. Der Hafenmeister hat ja geschrieben, dass er Marmoth kontaktieren will. Ich bin mit Inquisitor. Nachdem ich die Trostlose gegen Whitemire durchquert habe, bin ich endlich in Burwich angekommen. Schon seit Jahren kursieren Geschichten von übernatürlichen Ereignissen über Whitemire. Und tatsächlich sorgte der Name selbst für Bodenruhigung. Ich habe nicht viel von ihm gehalten, aber meine jüngsten Erfahrungen machen die alten Geschichten etwas glaubwürdiger. Dennoch habe ich mein Ziel erreicht und offenbar hat der Aufseher von Devil's Crossing, der in Burwich wohnt, irgendwie meine Ankunft erwartet. Ein Fußsoldat begrüßte mich, als ich die Stadt betrat und bestand darauf, dass ich Kriegs Einladung, auf seinem Landsitz untergebracht zu werden, annehme. Ich finde das sehr merkwürdig, aber ich habe das Angebot angenommen, da es meine beste Chance sein könnte, den Landsitz zu untersuchen. Werde diesen Eintrag kurz halten, da ich gerade zum gemeinsamen Abendessen mit Krieg im Speisesaal gerufen wurde. Dies sollte sich als aufschlussreich erweisen. Vierter Eintrag Ich bin jetzt seit über einer Woche Gast bei Aufseher Krieg auf seinem Landsitz und mein Verdast, dass hier etwas Furchtbares vorgehen wird, wächst mit jedem Tag. Jeden Tag begebe ich mich zu einem Ziel in oder um Burwich, um noch ein weiteres ungewöhnliches Verbrechen oder ominöses Gerücht zu untersuchen. Einige werden einfach als banale menschliche Verbrechen oder nur fantastische Geschichten abgetan, aber viele meiner Untersuchungen sind zu dunkleren Schlussfolgerungen gekommen. Ich habe das Gefühl, dass hier ein Muster entsteht, aber ich kann die Teile noch nicht zusammenfügen. Dies sind jedoch nebensächliche Fälle und der Hauptgrund meiner Beteiligung an ihnen ist, einen Vorwand für meinen Aufenthalt in Burwich zu haben. Krieg selbst ist der Fokus meiner primären Untersuchung geworden. Trotz überwältigender Überzeugung, dass Krieg nicht der ist, der er vorgibt zu sein und er höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art unnatürliche Aktivität verwickelt ist, habe ich keine unwiderlegbaren Beweise eines Fehlverhaltens gefunden, die zum Einleiten einer offiziellen Inquisition benutzt werden konnten. Ein Großteil des Landsitzes selbst ist für mich abgeschlossen. Oben gibt es Räume, aus denen Krieg und andere Besucher ein- und ausgehen, aber mir ist der Eintritt nicht gestattet. Noch seltsamer ist jedoch, dass ich in der Nacht von einem Geräusch aufgewacht bin, das sich anhörte wie quietschende Wagen, die eine Straße entlang fahren, aber dann sah ich aus dem Fenster auf das Dorf hinunter und konnte nichts sehen. Woher kamen diese Geräusche? Das Katze-und-Maus-Spiel geht weiter, aber bis jetzt bin ich mir nicht sicher, wer die Katze und wer die Maus ist. So, das ist jetzt das Gästezimmer, wo dieser Creed drin gewohnt hat. Ja, ich glaube auch, dass er versucht, Feuerbälle auf mich zu schießen, aber dass er auf den Kamin schießt, macht es halt irgendwie witzig, weil das würde er nicht verstehen, von welcher Seite man den Kamin anzündet. So, wir haben tatsächlich auch Warden Creeks Tagebuch gefunden. Der hat für die Kamine in seinem Haus. Auch interessant. Ich habe mein zugewiesenes Behältnis, den örtlichen Gefängnisaufseher, in Besitz genommen. Damit ist es klar. Es gibt noch viel Arbeit für unsere glorreiche Morgendämmerung vorzubereiten, aber mir gefällt dieser physische Körper ziemlich gut. Er hat viele Vorteile. Glorreiche Morgendämmerung. Es ist schade, dass das übersetzt wurde, während das Wort Grim Dawn nie übersetzt wird, weil das ist im Englischen natürlich Glorious Dawn. Das heißt, aus Sicht von den Leuten, von den Ätherischen, ist das auch ein Dawn, aber halt ist eine gute Sache. Also die sind ja aus irgendwelchen Gründen hier. Mit dem Eintrag ist natürlich auch komplett schon bestätigt. Ja, der Warden Creek ist von dem Ätherischen besessen. Witzig ist, sollte man kurz nochmal bewusst beachten, ist ein Tagebucheintrag von Warden Creek, aber es ist nicht von dem Original Warden Creek, sondern von dem Ätherischen. Das heißt, der Ätherische selbst hat Tagebuch geführt. Und er hat ja auch kurz beschrieben, so, das ist der Keller des Aufsehers. Ich nehme mir einfach mal das Portal. Der ist natürlich jetzt auch ein klein bisschen größer, der Keller. Da machen wir nächste Woche weiter. Jetzt habe ich komplett vergessen, worauf ich gerade hinaus wollte. Genau, der hat ja auch beschrieben, dass der an seinem Bewusstsein kratzt und so. Das heißt, von so einem Ätherischen besessen zu werden, ist nicht einfach nur, du bist komplett weg. Aber wahrscheinlich ist es schon auch so ein, naja, du merkst halt, dass dein Körper was anderes macht, als du willst. Dass jemand anders den steuert und du bist da irgendwo noch. Vielleicht gibst du irgendwann auf. Und. Ja, die letzten paar Erfahrungspunkte sammle ich jetzt nicht noch. Dafür ist es jetzt zu spät. Nächste Woche können wir uns dran freuen. Das macht es natürlich noch mal ein bisschen makaber, dass am Anfang von der heutigen Folge ich von dem Harmon, der die Quest gemacht hat, wo ich diese beiden Zombies auf dem Feld getötet habe. Und der war voll so, ja, ich hoffe, die haben gelitten, wenn man weiß, dass die Menschen da tatsächlich eigentlich noch drinstecken. Vielleicht stirbt quasi der Mensch da drin irgendwann ab und nur noch der Ätherische hat die Kontrolle. Ähm, wer weiß. Ich glaube nicht, dass alle ein Angebot quasi kriegen von wegen, hey, willst du nicht mehr nur zusammenarbeiten, dafür gibt es viel zu viele Besessene. Ähm, scheint auch einen kleinen Unterschied zu geben. Ich meine, es gibt diese willenlosen Zombies. Und es gibt Leute, die halt wirklich dann noch ein Tagebuch führen, so wie in der Bodden Creek halt. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied wirklich ist darin, wie diese Leute besessen wurden. Oder ob das einfach ist, wie der Ätherische drauf ist, der ihn besessen hat. Kann ja sein, dass die einfach, manche haben halt keinen Bock schlau zu sein und zu reden, sondern die wollen ja nur rumschlürfen und Leute attackieren. Vielleicht, wer weiß. Ähm, vielleicht ist ein Unterschied, wenn sie eine Leiche besessen haben oder einen lebendigen Menschen. Kann ja auch ein Unterschied sein. Oder halt ein Tier, gibt es ja auch. Wissen wir nicht. Werden wir vielleicht noch rausfinden, vielleicht auch nicht. Wird noch viele Geheimnisse hier geben. Aber das war's für heute. Ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder und bleibt gesund oder werdet gesund. Bis dann.